Hallo, ich bin Li und heute lesen wir die schönsten Märchen aus dem Reich der Zauberer. Möchtest du keines meiner Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hol dir ein gratis Abo für meine beiden Kanäle. Die Zauberschuhe Es war einmal ein Schuhmacher. Der war ein Künstler in seinem Fach. Er war weit in der Welt herum gewesen, hatte bei den größten Meistern aller Länder gearbeitet und ihnen die besten Handgriffe und Künste abgelauscht. So kam es, dass er weit und breit berühmt war und dass die größten Monarchen der Welt sich von ihm ihre Fußbekleidung machen ließen. Der Schuhmacher war aber sehr ehrgeizig. Er war nicht zufrieden mit dem großen Reichtum, welchen ihm seine Kunst eingetragen hatte. Er wollte sich auch einen berühmten Namen machen und alle Welt sollte noch lange nach seinem Tode von ihm sprechen. So grübelte er unablässig darüber nach, wie er ein paar Schuhe herstellen könne, wie sie die Welt noch nie gesehen habe. Es sollte ein Meisterstück werden, über welches alle Völker der Erde sprechen würden. So viel er aber auch nachsahen, es wollte ihm nichts Gescheites einfallen. Eines Tages saß er wiederum auf dem Dreibein und sahen über seine Aufgabe nach. »Wenn ich zum Beispiel ein paar Schuhe herstellen könnte, die von selbst liefen«, meinte er für sich, »dann wäre ich in kürzester Frist ein berühmter Mann. Allein, wie soll ich's anfangen?« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als die Tür aufging und ein kleines, dürres Männlein eintrat. Das Männlein schien bereits einhundert Jahre alt zu sein, so gebeugt und verwittert sah es aus. Ein langer, schlohweißer Bart hing ihm bis auf die Brust herab und sein Gang war müde und schwankend. »Ich habe gehört, was du dir gewünscht hast«, sagte der Ankömmling, »und bin gekommen, dir zu helfen.« Der Schuster heuchte auf. »Sprecht ihr die Wahrheit oder wollt ihr mich nur zum Besten haben?«, fragte er. »Ich spreche die Wahrheit«, sagte das Männlein, aus welchem er allerlei Material hervortat, wie es die Schuhmacher brauchen. »Hier ist Leder aus siebenmal übereinandergelegten Hasenfällen, gegerbt mit Schirlingstannensaft«, sagte es leise. »Pechdraht aus Goldfäden mit Paradies-Bienenwachsgewicht, Nägel aus siebenfach im Feuer gehärtetem Stahl mit Diamantköpfen und Stifte aus Ebenholz. Und hier sind sorgfältig gearbeitete Werkzeuge, der schärfste, schneidigste Stahl, die spitzeste Aale einer Lampe von gediegenem Silber mit Quappenlebertran genährt und eine Kugel aus Ätherkristall mit dem Wasser von tausend Diamanten gefüllt. »Wenn du mit diesem Material und diesen Werkzeugen arbeitest, so wirst du ein paar Schuhe herstellen, die denjenigen, der sie trägt, zum schnellsten Läufer der Erde machen.« Der Schuster traute kaum seinen Augen. Er musterte die Schätze, welche vor ihm lagen, mit einem prüfenden Blick und musste sich gestehen, dass er so ausgezeichnetes Material in seinem Leben nicht beisammengesehen habe. »Und was wollt ihr für alles dies haben?«, fragte er hoch erfreut. »Nichts«, antwortete das Männlein. »Du sollst dich nur verpflichten, die Schuhe so schön als möglich anzufertigen, kein anderes Material hinzuzutun als das, welches ich dir gegeben habe.« »Wenn du sie fertig hast, so bringst du sie dem Kaiser von Marokko, der wird dir einen hohen Preis dafür zahlen, den du in deinem Nutzen verwenden kannst.« Der Schuster bedankte sich vielmals für die wertvollen Geschenke, und das Männlein verabschiedete sich und ward nicht mehr gesehen. Meister Flick aber ging sofort an die Arbeit, und es war schier zum Erstaunen, wie rasch dieselbe ihm von der Hand ging. Ehe 24 Stunden vergingen, waren die kostbaren Schuhe vollendet, und der Meister musste sich gestehen, dass er ein Werk geschaffen habe, wie es kein zweites in der Welt gab. Die Schuhe fühlten sich so weich an wie der feinste Samt, die Diamanten darauf blitzten wie Sterne am dunklen Nachthimmel. Meister Flick warf sich in seine Sonntagskleider, packte sein Werk sorgfältig ein und machte sich auf den Weg nach dem Hof des Kaisers von Marokko. Er hätte die prächtigen Schuhe zu seinem schnelleren Fortkommen benutzen können, allein er wollte sie dem Kaiser ohne jeden Fleck funkelnagelneu überliefern. Nach dreitägiger Reise traf Meister Flick am kaiserlichen Hofe ein, wo sein Werk das größte Aufsehen erregte. Der Kaiser zeigte sich sehr erfreut, lobte den Schuster über die Maßen und befahl seinem Schatzmeister, dem Künstler eine Tonne Gold zu verehren. Als der Kaiser die Schuhe anprobierte, saßen sie wie angegossen und sie rannten mit ihm zur Tür hinaus in den Schlosshof und von da in den Park und das geschah so schnell, wie man eine Hand herumdreht. Als der Herrscher wieder zu Atem gekommen war, sagte er, »Ich bin alt und werde keine Reise mehr machen. Deshalb sollen die Schuhe an die kaiserliche Schatzkammer kommen. Vorher aber will ich sie noch benutzen, um den Krieg mit meinem bösen Nachbar, dem Sultan von Feyos, zu fechten. Unser Herold Timurlan soll die Schuhe anlegen und damit zu allen Völkern Afrikas reisen und sie in meinem Namen bitten, uns beizustehen. Im Kampfe gegen den Sultan.« Timurlan wurde gerufen und hatte kaum die Schuhe angelegt, als er auch schon zum Fenster hinausschoss und wie der Blitz durch die Luft sauste. Zu seinem Schrecken wurde er dennoch erinnern, dass er nicht die geringste Macht über die Zauberschuhe besaß und dass sie eine ganz andere Richtung einschlugen als diejenige, in welcher die afrikanischen Länder lagen. Noch größer war seine Bestürzung, als er an das Meer gelangte und die entsetzlichen Schuhe geradewegs in die schäumende Flut hineinrannten. Weiter und weiter ging es. Er sah nichts mehr als Himmel und Wasser und von Angst und Grauen erfüllt, verwünschte er sein entsetzliches Schicksal. Aber wenn auch die Haushohnwogen ihn mit unzähligen Wassergüssen überschütteten, so hielten ihn doch die Schuhe oben und ließen ihn nicht in der gährenden Flut versinken. Endlich sah er wieder Land vor sich liegen. Es war eine Kette von Bergen, deren Spitzen bis in die Wolken reichten, zuweilen so steil, dass es unmöglich schien, über sie hinwegzukommen. Allein, die Zauberschuhe kannten kein Hindernis. Sie stürmten in rasender Eile den nächsten Berg hinauf und jenseits wieder hinab. Der unglückliche Läufer befand sich in einem Talkessel und in geringster Entfernung vor ihm stieg eine himmelhohe Felsenwand senkrecht in die Höhe. Jetzt war es dem armen Schnellläufer, als wenn der Sterngalopp der Schuhe sich verminderte. Er atmete auf. Weiter als bis zur steilen Felsenwand konnten sie doch unmöglich laufen. Dann mussten sie Halt machen und, wenn er nur eine Sekunde gewann, dann wollte er die entsetzliche Fußbekleidung von sich werfen und die Teufelsschuhe laufen lassen, wohin sie wollten. Es kam aber anders, als er es gedacht hatte. Die Schuhe rannten auf die Felsenwand zu und diese klaffte plötzlich auseinander. Ein mächtiges Tor zeigte sich. Der Läufer schoss hindurch und sah sich im Fuß eines zweiten steilen Berges, auf dessen breitem Gipfel unzählige Arbeiter beschäftigt waren, ein prachtvolles Luftschloss aus lauter Edelsteinen und Diamanten herzustellen. In großen Haufen war das hohe Baumaterial aufgetürmt. Riesiges Maragde, Rubine, Türkise und Saphire, gleichmäßig zugeschnitten und geschliffen, lagen übereinandergeschichtet und warfen grüne und blaue Lichter über den Platz. Weit umher schimmerte die Gegend im sehnhaften Glanze. Jetzt machten auch die rätselhaften Schuhe Halt. Von der Höhe des Berges herab schritt ein kleines, dürres Männlein mit kahlem Haupte und weißem Barte dem Ankömmling entgegen. Willkommen im Reiche der Edelsteine, Timor-Lahn, nickt es mit widerwärtigem Grinsen. Wie geht's deinem Kaiser, dem alten Marokkaner? Ist er noch wohl auf? Du kommst zur rechten Zeit. Es gibt Arbeit die Fülle hier in meinen großartigen Bergwerken. Schau, dort fahren die Knappen gerade hinunter in den Schacht. Spute dich, sonst kommst du zu spät zur Niederfahrt und musst drei Tage lang zur Strafe Diamanten schleifen, was eine noch mühseligere Arbeit ist. Die Schuhe aber kannst du nun ablegen. Du wirst sie in dieser Welt nicht brauchen. Da bin ich ja schön in die Patsche hineingeraten, dachte Timor-Lahn. Arbeiten konnte ich zu Hause auch, wenn ich es gewollt hätte. Indessen war er froh, dass seine Füße von den Folterschuhen befreit waren, und gute Miene zum bösen Spiel machend, begab er sich in den Schacht, in welchem die Bergleute sich eben zur Niederfahrt anschickten. Ein babylonisches Sprachgewirr empfing ihn, denn es waren Menschen aus allen Zonen und Ländern, die sich hier versammelt hatten. Schwarze, rote, braune, gelbe und weiße Gesichter schauten ihn teils mit stumpfen, teils mit neugierigem Ausdruck an. Eine mächtig, lange, glattgeschliffene Bahn von Granit führte tief in den Schacht hinunter. Auf dieser Bahn mussten die Knappen hinabrutschen, meilen tief hinunter in die kalten, finsteren Schlünde des Erdbauches und die Edelsteine und Diamanten heraufholen, welche dort unten im Wasser lagerten oder im felsigen Gestein eingeklammert waren. Von der Höhe des Berges, wo die anderen Arbeiter beschäftigt waren, gab jetzt das Männlein ein Zeichen mit der Glocke, worauf die Niederfahrt begann. Timorlan erhielt ein Schutzfell und ein Spitzhammer und musste sich dann auf die Granitbahn setzen. Pfeilgeschwind ging es nun in den düsteren Erdschacht hinab. Immer finsterer wurde es um ihn her, und bald fiel das Licht von oben nur noch wie ein kleiner, matter Stern in die Kluft, aber umso heller glitzerte es von unten herauf aus den verschiedensten Gesteinsschichten, welche die funkelnden Diamantenlager bargen. Ein kleiner, buckliger Zwerg mit grünen Augen und schwarzem Haar, das in langen Zöpfen über Nacken und Schultern fiel, beaufsichtigte die Arbeiten. Er wies Timorlan an, wie er aus dem eiskalten Grundwasser die Diamanten heraufholen und Smaragde aus dem Glimmer und Schieferstein lösen sollte. Dem Läufer kam die Arbeit sehr sauer an, und unaufhörlich beschäftigte er sich mit Plänen zur Flucht. Er gewann jedoch bald die Überzeugung, dass an Entrinnen nicht zu denken sei. Denn rings um das Bergwerk zog sich eine unübersteigliche Felswand, welche sich nur auf einen Zauberspruch öffnete, den einzig und allein der Besitzer des Diamantengebirges kannte. Dieser war, wie Timorlan bald erfuhr, ein böser Zauberer, welcher durch allerlei Hexenkünste die Leute in sein Bergwerk lockte und sie hier Mühseligkeiten und Leiden aller Art ausstehen ließ. Ihre Nahrungsmittel bestanden in Erdäpfeln und trockenem, harten Haferbrote, und als Getränk hatten sie nichts weiter als Wasser tief unten in den Bergschachten. Schlafen mussten sie unter freiem Himmel, gleich viel, ob es regnete oder schneite, und wer an ein weiches Lager gewöhnt war, musste sich Moos und Gras sammeln. An eine Decke oder wohl gar ein Federbett war nicht zu denken. Timorlan bemühte sich vergeblich, wieder in den Besitz der Schuhe zu gelangen, um mit ihrer Hilfe einen Fluchtversuch zu machen. So viel er auch danach suchte, sie waren und blieben verschwunden. Und das hatte seinen Grund. Kaum war der Läufer in die unterirdische Werkstatt eingeführt worden, als der Zauberer die Schuhe ergriff und sie mit einem gewaltigen Wurfe weit weg über die Felsenmauer schleuderte. Sie fielen mitten auf die Landstraße nieder und zogen sofort die Blicke eines des Weges daherkommenden Schneidergesellen auf sich, dessen Schuhwerk sich gerade in einem äußerst misslichen Zustande befand und der die herrliche Fußbekleidung daher mit einem donnernden Jubelruf begrüßte. »Ei, der Tausend, da hab ich einen Fund gemacht, der mir für alle Zeiten zum Glück gereichen wird«, rief er, indem er sich auf einen Stein setzte und sich seiner sohlenlosen Stiefel entledigte, die er sofort in den Chausseegraben warf. »Sappament, das sind ein paar Trittlinge! Kein Kaiser kann sie schöner haben! Brillanten und Gold überall! Wenn ich alle Jahre einen Edelstein herauslöse und ihn verkaufe, kann ich ein Leben führen wie ein Fürst!« Er hatte während dieser Worte die Schuhe angelegt und wollte ihm seiner Freude über den herrlichen Sitz derselben Ausdruck geben, als dem armen Burschen etwas Entsetzliches passierte. Seine Beine fingen an, in eine fürchterlich rasche Bewegung zu geraten. Wie von unsichtbarer Gewalt fortgetrieben, schossen sie vorwärts, quer über das Stoppelfeld, über Erdhügel und Moreste, über Gräben und fußhohe Hecken, bis er zu seinem Entsetzen die hohen Berge vor sich liegen sah, in welchen, wie er als Kind von seiner Amme vernommen, der böse Zauberer Mursouflos hausen sollte. Vergeblich waren seine Bemühungen, in seinem pfeilschnellen Laufe einen Pfahl oder den Zweig eines Baumes zu erhaschen und sie daran festzuklammern. Ehe er sich's versah, stand er vor der Riesenmauer. Diese spaltete sich. Er musste ohne Gnade hinein in das Zaubergebiet. Die Teufelsschuhe trugen ihn bis an den Schacht. Der Schneider schoss hinunter, als wäre er von einer Kanone abgeschossen, und unten drückte der hässliche Zwerg ihm sofort die Hacke in die Hand und befahl ihm unter erwierendem Gelächtern, die Arbeit zu gehen. Die Schuhe befanden sich gleich darauf wieder in Mursouflos Henten, der sie von neuem mit einem gewaltigen Wurf in die Welt sandte. Diesmal nahm sie ihren Flug nach dem öffentlichen Platz einer großen Stadt, auf welchem gerade Jahrmarkt abgehalten wurde. Sie fielen in die Bude eines Handelsmann nieder, der die putzsüchtigen Großstädter mit dünn vergoldeten Messingringen und bleiernden Armbändern betrug, bei dem Anblick des kostbaren Schatzes jedoch vor Entzücken außer sich geriet. Mit freudestrahlenden Blicken betrachtete er die herrlichen Schuhe. Zuletzt plagte ihn die Neugier, ob sie sich seinen unförmlichen Füßen wohl anbequemen würden. Hm, kaum aber starker mit dem letzten Ruck drinnen, als er sich auch schon auf der Reise nach dem Diamantengebirge befand. Kaum eine Stunde später stand er bereits bis über die Knie in dem eiskalten Quellwasser des Diamantenschachtes und arbeitete, dass ihm der Schweiß den Rücken hinablief. Die Zauberschuhe fuhren fort, ihre entsetzlichen Zauber auszuüben. Sie führten aus aller Herren Länder Leute herbei, und die Schätze, welche der unersättliche Mursurfluss aus den Diamantenlagern heraufschaffen ließ, mehrten sich von Tag zu Tag. Die Sache sprach sich übrigens herum. Bald hier, bald dort, hörte man, dass ein paar kostbare Schuhe aus der Luft niedergefallen wären, die dem ehrlichen Finder jedoch nichts weniger als Glück gebracht hätten, da derselbe gleich darauf mitsamt seinen Schuhen spurlos verschwunden sei. Der Kaiser ließ sofort den Meister Flick kommen, erzählte ihm das Vernommene und fragte ihn, was er dazu meine. Ja, erwiderte der Schuster, ich hege keinen Zweifel, dass das kleine dürre Männlein, welches die Schuhe bei mir bestellt hat, und der gefährliche Zauberer Mursurfloss im Diamantengebirge, eine und dieselbe Person ist. Daran zweifle ich auch nicht, sagte der Kaiser, habe gar viel von dem Unhold gehört. Sollte es kein Mittel geben, ihn zu fassen? Ich möchte es wohl wagen, versetzte der Schuster. Ich habe noch so viel Material übrig behalten, um ein zweites Paar solcher Hexenschuhe anfertigen zu können, und wenn mir das gelingt, so wäre es leicht möglich, dass wir dem Mursurfloss für immer das Handwerk legen. Gut, nickte der Kaiser, versuche es, und wenn dein Unternehmen glückt, so lasse dir noch eine Tonne Goldes auszahlen. Meister Flicking heim und machte sich sogleich an die Arbeit. Das verzauberte Material erwies sich vollkommen zu einem zweiten Paar Schuhe ausreichend. Es gelang ihm sogar, dieses zweite Paar noch größer als das erste herzustellen. Nur die Besetzung der Diamanten musste unterbleiben, da war der Vorrat von edlen Steinen vollständig dem ersten Paar zugute gekommen. Falls die Schuhe vollendet waren, verschloss Meister Flick sie sorgfältig in ein Kästchen, steckte dieses in eine Reisetasche und machte sich auf den Weg zu dem Diamantengebirge. Ein segeltüchtiges Schiff brachte ihn über das Meer. Danach musste er noch eine Strecke zu Pferde durch den dicken Wüstensand traben. Endlich aber stand er vor der kolossalen Felsenmauer, welche das Gebet des bösen Morsofloss umschloss. Nun zog er die funkelnagelneuen Schuhe hervor und stieß mit den Spitzen derselben gegen die Felswand. Diese öffnete sich sofort. Meister Flick trat ein, und hinter ihm fügte das Riesentor sich wieder zusammen. Einen Augenblick blieb er stehen, um das herrliche Diamantenschloss zu betrachten, das seinen Glanze wie das helle Sonnenlicht ausstrahlte. Als er aber den bösen Zauberer den Berg herunterkommen sah, schlüpfte er rasch in eine Felsspalte und hielt sich hier bis zum Abend verborgen. Der Himmel war bereits mit Sternen überseht, als er wieder heraustrat und den Weg nach den Berggipfeln einschlug. Er konnte nicht fehlen, da das Prachtschloss weithin durch die Nacht leuchtete. Bald stand er in dem von Rubin Säulen getragenen Vorbau. Hier zeigte sich eine Tür, welche in den bis jetzt vollendeten Teil des Schlosses führte, in welchem Morsofloss seine Wohnung genommen hatte. Er stand bereits vor dieser Tür, als ein hässlicher Zwerg mit grünen Augen ihm in den Weg sprang. Der Kleine hatte eine Lanze in der Hand, die dreimal so lang war wie er selbst. Fleck versetzte ihm dennoch einen Fußtritt, dass er sich dreimal überschlug und den Berg hinabkullerte. Dann stieß der Schuster wiederum mit den Spitzen seiner Schuhe gegen die verschlossene Tür, worauf dieselbe mit einem dumpfen Ächzen aufsprang. Meister Fleck stand in einem geräumigen, von Smaragdwänden gebildeten Zimmer, dessen glänzende Einrichtung jeder Beschreibung spottete. Es war durch einen von Diamanten zusammengesetzten Kandelaber erleuchtet, und die zahlreichen Kerzen darauf wurden von dem funkelnden Gestein tausendmal zurückgeworfen. Tische, Stühle und Etagieren waren von Smaragden verfertigt, und dicke Teppiche und Polster von grüner Seide, mit Gold- und Silberblumen durchwirkt, luden zur süßen Ruhe ein. Er kam aus diesem in ein zweites Zimmer, dessen Wände und Möbel aus Rubinen zusammengesetzt waren. Von da in ein drittes, welches aus Saphiren bestand. Ganze Reihen von Prachtgemälchern folgten, und jedes vertrat eine besondere Edelsteinart. Zuletzt gelangte er in das Schlafzimmer des Zauberers. Brillanten auf Brillanten funkelten an den Wänden, und in einem Himmelbett von Eiderdown lag nur Souflos und seine regelmäßigen und tiefen Atemzüge verrieten, dass sein Schlaf ein fester und traumloser war. Vor dem Bett standen die Zauberschuhe, mit welchen der Zauberer die Arbeiter von nah und fern in sein Bergwerk gelockt hatte. Flick nahm sie rasch zur Hand, setzte das mitgebrachte zweite Paar einstweilen auf den Tisch und hatte im Umsehen die Füße des Schläfers bekleidet. Ebenso rasch hatte er das zweite Paar über die ersten gezogen. Kaum war er jedoch mit dieser Arbeit zustande gekommen, als Musouflos erwachte und mit einem gotteslästerlichen Flucher aus dem Bette sprang. Aber es war zu spät. Er befand sich bereits in der Gewalt der Zauberschuhe, die mit ihm durch die Wand ins Freie schossen, den Berg hinabstürzten und durch die Felsenmauer brechend auf gut Glück in die Welt hineinrasten. In demselben Augenblick versank das Diamantenschloss mit einem Krachen wie von tausend Ungewittern klattertief in die Erde. In gleicher Weise verschwanden die aufgespeicherten Edelsteine. Das Bergwerk schloss sich und die gewaltige Ringmauer zerfiel in Trümmer. Die armen Gefangenen aber, welche aus ihrer jahrelangen Knechtschaft nunmehr erlöst waren, dankten ihrem Erretter mit tausend Freudentränen und kehrten glücklich in ihre Heimat zurück. Zwar hätte der ein oder andere gerne ein Diamantlein mitgenommen, um daheim etwas für den ersten Anfang zu haben, allein, so eifrig sie auch suchten, von all den ungeheuren Schätzen, die sie aus den Diamantspeichern der Erde zutage gefördert hatten, fand sich auch nicht das kleinste Krümchen mehr vor. Meister Flick kehrte gleichfalls nach Hause zurück und griff wieder zu Ahle und Pechdraht. Sein Hauptwunsch war erfüllt, denn alle Welt sprach von dem berühmten Schuster, der durch seine Kunst die Zaubermacht des bösen Musouflos gebrochen hatte. Eine zweite Tonne hatte er übrigens richtig vom Kaiser von Marokko erhalten. Von dem habgierigen Zauberer aber hat niemand wieder etwas gehört. Es lässt sich nur annehmen, dass die Schuhe ihm nicht Ruhe und Rast gelassen haben, bis er sich vollständig zu Schaden gelaufen hat. Das Zauberauge Es war einmal, ja, was war denn schnell? Ach, richtig, ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen. Die lebten hoch oben im Norden. Sie hießen Ola und Fretter, und sie hatten sich sehr lieb. Es waren nicht Bruder und Schwester, denn den kleinen Ola hatte Fretters arme Mutter einmal im kalten Winter halb erfroren im Walde gefunden und ihn mit nach Hause genommen. Und nun spielten die beiden zusammen und hatten sich sehr lieb. Im Sommer liefen sie im Wald herum und sammelten Beeren und Moos, machten Kränze und Streuße von den schönen Waldblumen, die ihre Mutter dann in die Stadt trug, um sie zu verkaufen. Sie suchten Futter für ihre Ziege und sammelten im Herbst Holz und trockenes Laub für den Winter. Sie lagen im Schatten der Bäume und erzählten sich schöne Märchen oder legten sich auf den Rücken mitten in der Waldwiese und sahen hinauf in den hohen blauen Himmel, der immer höher wurde, je länger sie hinaufsahen. Und wenn die Wolken dort schwer dahinzogen oder wie kleine weiße Lämmer feststanden, sehnten sie sich zusammen hinauf, um von dort die ganze große Welt sehen zu können und mit den Wolken fliegen zu können, weit, weit weg. Aber sie wollten immer zusammen sein, denn sie hatten sich sehr lieb. Aber wenn wir uns einmal verlieren, Ola... Ach, ich finde dich immer wieder. Du hast ja dein hübsches schwarzes Fleckchen am Ohr und dein goldenes Haar leuchtet in der Sonne. Dich finde ich schon wieder. Und eines Tages waren sie sehr weit in den Wald hineingegangen. Da kamen sie an ein kleines Haus mit einem kleinen Garten daran. In dem Garten standen so wunderschöne Blumen, wie sie solche noch nie zuvor gesehen hatten. In allen Farben sprühte und glühte es darin wie lauter Edelsteine. Die beiden standen still und staunten all die Schönheit an. Da hörten sie eine Stimme sagen, Kommt doch herein, Kinder! Wollt ihr die schönen Blumen haben? Und als sie aufsahen, stand am Fenster des Häuschens ein hässlicher alter Mann mit langen, grauen, schmutzigen Haaren und in der Mitte der Stirn hatte er nur ein Auge und das war blutrot und funkelte wild. Da erfasste sie eine große Angst und sie liefen so schnell sie nur konnten nach Hause und erzählten der Mutter, was sie gesehen. Da dürft ihr nie wieder hingehen, Kinder. Das ist der böse Zauberer. Wenn der ein Kind ansieht mit seinem bösen Auge, wird es krank im Herzen und kann sich an nichts mehr freuen und stirbt bald. Also geht mir nie wieder so tief in den Wald, hört ihr? Aber Ola dachte Tag und Nacht an die wunderschönen Blumen und wollte so gerne welche für Fretter haben. Wenn ich nun schnell hingehe und hole mir ein paar und sehe dem bösen Mann gar nicht ins Auge, dann kann es doch nicht schaden. Die Blumen sind wie Edelsteine. Wenn wir die in der Stadt verkaufen, werden wir reiche Leute. Dann kann ich für Mutter und Fretter schöne Kleider kaufen und ich kann in die weite Welt hinaus und sehen, wie es da aussieht. Und wenn ich wiederkomme, dann heirate ich Fretter. So dachte er jeden Tag und jede Nacht an nichts anderes mehr als an den Zaubergarten. Und endlich konnte er es nicht mehr aushalten. Er wollte wenigstens einmal hingehen und sehen, ob er nicht zwischen dem Gitter der durch eine Blume abreißen konnte. Es war ein schöner Sommerabend. Fretter saß auf ihrem Schemel und melkte die Ziege. Da rief Ola ihr zu, ich gehe in den Wald, Futter holen, es ist fast keins mehr im Stall, ich bin bald wieder zurück. Fretter wunderte sich, da Ola sonst nie allein in den Wald ging, aber sie konnte nicht fort von ihrer Arbeit und so ließ sie ihn gehen. Ola ging mit klopfendem Herzen tief in den Wald hinein. Es war so unheimlich still um ihn her, da seine Fretter zum Plauder nicht bei sich hatte. Nach langem Laufen wurde ihm doch so bange ums Herz und er wollte schon umkehren. Da sah er von Weitem ein Funkeln und Leuchten, das kam von den schönen Blumen, so nah war er schon. Nein, da wollte er doch einmal versuchen, ob er eine bekommen könne. Und ganz leise schlich er sich an den Garten heran. Ringsumher war alles still, ganz still. Er sah keinen Menschen im Garten, auch am Fenster des Häuschens war niemand zu sehen. Und da, ganz nah am Gitter, wuchs eine herrlich rote Blume, die glitzerte und funkelte und strahlte so wunderschön, die musste er haben. Und er kniete am Boden nieder, zwängte seine Hand durchs Gitter und ergriff die Blume. Da aber den Stängel hatte, war's, als ob er in ein scharfes Messer griff und sein rotes, warmes Blut troff auf die Erde. Und die Hand war fest an der Blume und er konnte sie nicht mehr losmachen. Da stieß er vor Schreck und Schmerz einen lauten Schrei aus und dann hörte er, wie eilig schwere Schritte aus dem Hause kamen und eine derbe Hand packte ihn hinten am Kragen und hob ihn über das Gitter in den Garten hinein. So, so, da hab ich dich ja, Börschchen. Haben dich meine Blumen gelockt? Nun, so ist's recht. Jetzt kannst du bei mir bleiben. So, sieh mich einmal an. Und Ola, zitternd an Händen und Füßen, musste dem Zauberer in sein böses Auge sehen. Da war's ihm, als ob sein Herz zusammenschrumpfte, als ob es kalte, schwarze Nacht in ihm würde. Und der Zauberer führte ihn ins Haus. Da lagen auf dem Tische viele hübsche, runde Dinger, blau und braun und schwarz. Das sind Kinderung, sagte der Mann. Die pflanzen wir draußen im Garten und das werden dann Edelsteine. Von den letzten Gedanken, die das Kind hatte, nehmen sie dann Farben an. Das Kindesauge, das gerade an seine Eltern dachte, als es herausgerissen wurde, gibt die schönen blauen Blumen. Die Sehnsuchtstränen werden Diamanten. Und wenn ein kleines Mädchen oder ein Knabe eine stille, warme Liebe im Herzen hat, das werden die schönsten Blumen, die feuerroten mit den heißen, goldenen Strahlen. Deine Augen werden solche Strahlenblumen geben, wenn ich dich getötet hätte, ehe ich dich angeschaut. Denn du liebst das kleine Mädchen, das neulich mit dir hier war. Nein, ich liebe es nicht, sagte Ola, das hässliche Ding mit dem schwarzen Fleckermoor und dem gelben Haar. Aha, der Zauber hat schon gewirkt, murmelte der Alte. Fürchte dich nicht, ich werde dich nicht töten, denn du sollst mir helfen bei meiner Arbeit. Diese Augen müssen alle im Garten gepflanzt werden und ich werde alt und kann mich nicht mehr so bücken. Wenn du mir ordentlich hilfst, werde ich dir mein Zauberauge vermachen, dann kannst du an meiner Stelle hierbleiben und die Kinder locken, die Blumen pflanzen und die Edelsteine verkaufen. Kommen denn viele Kinder her? Oh ja, oder ich suche sie mir auch draußen. Wenn ich ihnen meine Steine zeige, kommen sie alle mit. Wenn ich hinausgehe, sie zu fangen, nehme ich einen großen Schirm vor das Auge. Dann fürchten sie sich nicht, so musst du es später auch einmal machen. Oh ja, sagte Ola, das wird schon. Und das kleine Mädchen müssen wir auch haben. Denn das liebt dich und das gibt die schönsten Blumen, die roten. Die sind die gesuchtesten und werden teuer bezahlt. Ja, sagte Ola, das müssen wir auch haben. Fretter aber saß mit Angst und Sorge zu Hause, denn es war sehr spät am Abend geworden und Ola war noch nicht zurück. Ach Mutter, er ist gewiss bei dem bösen Zauberer. Er hat mir wohl eine von den schönen Blumen holen wollen, weil ich sagte, sie gefallen mir so gut. Ach, Mutter, was soll ich tun, um ihn wiederzubekommen? Ich sterbe ohne ihn. Ach, sei doch nicht so dumm, sagte die Mutter. Lass ihn doch, ich habe ihn gewarnt. Und er ist ja gar nicht dein wirklicher Bruder. Da brauchst du ihn gar nicht lieb zu haben und zu sterben brauchst du schon gar nicht deshalb. Gehe lieber morgen in den Wald und hole Blumen, dass ich sie wieder in der Stadt verkaufen kann, denn sonst müssen wir hungern und die Ziege muss auch Futter haben. Fretter aber weinte die ganze Nacht. Andern Tags ging sie in den Wald. Wie öde und still war es da ohne Ola. Sie fürchtete sich, riss so schnell so viel Blumen als möglich ab und lief nach Hause. Und sie weinte so viele Tage und Nächte und wurde blass und aß und trank nicht. Sie hatte nur noch den einen Gedanken, wie kann ich Ola retten? Och, ich muss einmal hingehen, ob ich ihn wenigstens einmal wiedersehe. Und den anderen Tag ging sie durch den stillen Wald. Lange, lange, bis auch sie die schönen Blumen wieder sah und sie ging ganz leise nah heran. Aber die Blumen wollte sie gar nicht, sie wollte nur Ola sehen. Und richtig, da lag er an der Erde und grub mit den Händen Löcher hinein und dann legte er etwas in die Löcher hinein und deckte die Erde wieder darüber. »Ola, Ola, Ola, was machst du da?« schrie sie. Er aber kannte seinen Namen nicht mehr und hörte sie nicht. Da fing sie bitterlich an zu weinen. Erst als Ola mit seiner Arbeit fertig war, stand er auf und da sah sie und kam an das Gitter. Und sie streckte die Arme nach ihm aus. Aber er sah sie mit einem bösen, stechenden Blick an und hielt ihr eine Blume hin und sagte, »Willst du die? So komm doch herein, ich gebe dir alle Blumen, die du willst.« »Aber, Ola, lieber guter Ola, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin ja deine Fretter, die du immer so lieb hattest. Och, sieh mich doch wieder freundlich an.« Aber der Zauberer hatte Olas Herz ganz böse gemacht, dass er nicht mehr wusste, wie lieb er Fretter hatte. »Ich kenne dich nicht,« sagte er, »du mit dem hässlichen schwarzen Fleck am Ohr und den gelben Haaren, aber du hast schöne Augen und die können wir brauchen.« Und er streckte die Hand nach ihr aus, um sie hereinzuholen. Doch sein wilder, böser Blick erschreckte die arme, kleine Fretter so sehr, dass sie voll Todesangst davonlief und heiß und mit Fieber in den Adern nach Hause kam. Aber ihre Mutter war noch nicht zu Hause, sie war von der Stadt noch nicht zurückgekommen. Sie war schon früher manchmal erst am anderen Tage heimgekehrt, die beiden Kinder hatten sich nicht gefürchtet. Doch heute zitterte Fretter vor Angst. Sie konnte Olas fürchterliche Augen nicht vergessen. Der arme Ola, das hatte ihm der böse Zauberer angetan. Sie musste ihn retten, sie hatte ihn ja so lieb. Aber was sollte sie tun? Das Auge war's, hatte die Mutter gesagt, das Zauberauge. Damit hatte der alte Olas Herz vergiftet und nun war er krank und musste bald sterben. Bald sterben! Fretter fuhr von ihrem Lager auf. Ola sterben? Nein, nein, das darf nicht geschehen! Ich muss ihn retten! Es war eine schöne, stille Sommernacht. Dort im Norden sind die Nächte so hell wie der Tag. Fretter stand auf, sie wusste mit einem Male, was sie wollte. Sie holte sich aus der Küche ein scharfes, spitzes Messer und dann ging sie hinaus in den schlafenden Wald. Ihre nackten Füße machten kein Geräusch und so war es totenstill um sie her. Die Vögel und die Bäume und die Blumen schliefen und nur der Atem des Waldes strich wie ein leichter, weicher Wind über Fretters Wangen. Fretter fürchtete sich in dieser großen Stille so ganz allein, wenn doch nur ein einziger Vogel gesungen hätte. Das Herz wollte ihr springen vor Angst, aber da dachte sie an Ola und rief seinen Namen. Leise, ganz leise, aber immer Ola, Ola, Ola. Und so kam sie endlich an das Haus des Zauberers. Da war es auch totenstill, die Blumen lagen müde im Grase und hatten allen Glanz verloren. Fretter kletterte über das Gitter, dann auf die Bank, die am Fenster stand, und sah hinein. Sie zitterte am ganzen Körper, aber sie nahm den letzten Mut zusammen und sah den großen, hässlichen Mann im Bette liegen. Das eine große, schreckliche Auge war geschlossen. Und neben ihm lag Ola und schlief auch. Leise stieg sie durchs offene Fenster in die Stube. Es war so hell darin wie am Tage. Sie schlich ans Bett und er schlief ganz fest, der böse Mann, und hörte nichts. Da stieg sie auf einen Stuhl, von da in sein Bett ihm zu häupten, und mit beiden kleinen, schwachen, zitternden Händen bohrte sie das Messer gerade in sein böses Auge hinein. Er stieß einen so grässlichen Schrei aus, dass Ola erwachte und sie greifen wollte, aber sie sprang schnell von ihm weg und zum Fenster hin. »Komm, Ola, mein Ola, deine Fretter ist's, komm mit mir!« »Ach, du bist's, meine kleine, süße Fretter?« sagte Ola und rieb sich die Augen und sah sie wieder so gut und lieb an wie früher. »Ja, wir wollen laufen, nach Hause. Ich hab dich so lange nicht gesehen. Ich hab wohl geträumt.« Aber der Zauberer schrie in seinem Schmerz so laut, dass Ola bald wieder wusste, wo er war. Da drängte er Fretter hinaus durchs Fenster in den Garten und dem Walde zu. »Nun können wir aber doch ein paar Blumen mitnehmen. Der tut uns nichts mehr. Siehst du diese roten und diese blauen? Ach, die weißen und die gelben noch? Nein, nein!« schrie Fretter. »Dort steht er am Fenster! Er kommt uns noch nach!« Und sie liefen schnell hinaus in den sommerschlafenden, stillen Wald. Aber sie fürchteten sich nicht mehr, denn sie waren zu zweien und sie hatten sich sehr lieb. »Und aus den roten und blauen Steinen lass ich dir ein schönes Geschmeide machen, wenn du einmal meine kleine Frau bist,« sagte Ola. Und sie küßten sich und liefen froh und glücklich im Wald umher und dachten dann nichts anderes, als dass sie sich nun wieder bei den Händen halten und zusammenspielen und träumen konnten. Die Zauberlampe Es war einmal eine arme Frau, die sich beim benachbarten Krämer eine Lampe kaufte. Es war eine alte, gebrauchte Lampe aus Eisen und da sie schon recht unansehnlich war, gab der Kaufmann sie um wenige Soldi. Die Frau ging zufrieden mit ihrer Lampe nach Hause, putzte die drei verrosteten Schnäbel und den Fuß, goss Öl in die Lampe, zündete sie am Abend an und stellte sie mitten auf den Tisch, wo sie für sich und ihren Sohn zwei Teller mit Suppe aufstellte. Ja, die Suppe war mager genug, bestand aus gekochtem Wasser, Salz, ein wenig Öl, Zwiebel und Brot, aber die Lampe gab ein freundliches Licht, das sowohl der Mutter als dem Sohne recht gut gefiel. So verzehrten die beiden denn in Frieden ihr Abendbrot und bewunderten daneben ihre nette Lampe. Ja, das war ein guter Einkauf, sagte die Mutter und indem sie die Teller vom Tisch räumte, fragte sie noch, bist du auch satt geworden, mein Junge? Oh, ja, danke Mutter, es hat gut geschmeckt. Wenn es dir recht ist, will ich dir heute Abend eine Geschichte vorlesen. Hast du Lust, sie zu hören? Das will ich gerne, dann habe ich eine hübsche Unterhaltung, während ich stricke. Die Nachbarin hatte ein paar Strümpfe bei mir bestellt. Recht so, dann will ich das Buch aus der Truhe holen und eine schöne Geschichte auswählen, während du die Teller wäschst. Als Silvio, so hieß der Junge, sich zur Truhe wandte, blieb er plötzlich verwundert stehen und rief, Mutter, komm doch rasch mal her, was ist das hier? Du hast eine Truhe aus Glas? Da sah die Mutter mit großem Erstaunen, dass die Holztruhe durchsichtig war, so dass man Kleider, Bücher, kleine Kästchen, kurz alles, was sich in der Truhe befand, von außen sehen konnte. Man sah durch das Holz wie durch Luft hindurch. Ja, was ist denn das nur? fragten die beiden gegeneinander verwundert und als Silvios Blick zufällig auf sein Bett fiel, sah er durch die Matratze einen alten, vergessenen Rappen dort liegen, von dem er keine Ahnung hatte, wie er dorthin geraten war. Mutter, ich will dir was sagen, du hast eine Wunderlampe gekauft und nichts anderes. Ja, gibt es denn das? Du siehst es ja. Ja, ja, ich sehe es. Das ist merkwürdig genug. Wer hätte das heute früh gedacht? Wie denkst du darüber, Silvio? Wahrhaftig, das ist eine richtige Wunderlampe. Ich meine, das Beste wird sein, wir sprechen zu niemandem davon. Vielleicht kann die Lampe uns einmal Nutzen bringen. Ich wäre aber dafür, dass wir sie nicht im Gebrauch behalten für alle Tage, sondern eine andere Lampe kaufen. Da ich für einige Wochen Holzfällerarbeit im Walde habe, werden wir uns wohl eine neue Lampe leisten können, die du morgen kaufen musst, während wir diese in die Truhe stellen könnten. Mit diesem Vorschlag war die Mutter einverstanden und schon am nächsten Abend stand ein Lämplein auf dem Tisch, das wie alle anderen auch war. Es machte nichts durchsichtig, gab auch weniger hell, aber das Geheimnis blieb dadurch bewahrt. Und das war sehr gut, denn schon am nächsten Abend kam Fatima, die Nachbarin zur Mutter, um ein wenig zu plaudern. Fatima brachte einen Steinkrug, der mit Pergamentpapier oben geschlossen und mit einer Schnur zugebunden war. Sie setzte den Krug auf den Tisch und sagte zu Silvios Mutter, Anna, willst du mir den Gefallen tun und diesen Krug für mich aufbewahren? Es sind Oliven darin, die man mir aus Mitleid geschenkt hat, denn du weißt ja, ich bin ebenso wie du eine arme Frau und besitze augenblicklich nicht viel mehr als diese Oliven. Da wäre ich dir dankbar, wenn du sie für mich ein paar Wochen aufheben wolltest. Meine Tochter Lia, die in der Lombardei verheiratet ist, hat ein Kindchen bekommen und da sie sich etwas schwach fühlt, hat sie mich gebeten, für eine Zeit lang zu ihr zu kommen. Ich denke, in vierzehn Tagen werde ich wieder zurück sein und da wäre ich froh, wenn ich mir die Oliven wieder bei dir abholen dürfte. Aber gewiss doch, antwortete Anna, ich will dir die Oliven schon aufheben und du brauchst dich nicht zu besorgen, dass wir davon essen werden. Mein Sohn Silvio und ich sind nicht die Leute, die Unrechtes gut anrühren, also du kannst ruhig reisen. Meine gute Anna, wem sagst du das? Hätte ich doch nicht so großes Vertrauen zu euch, würde ich euch doch die Oliven nicht ins Haus bringen. Man ist ja heutzutage froh um jede Olive, wenn man so knapp dran ist wie wir zwei. Aber sollte ich mich in vierzehn Tagen, will's Gott etwas besser stehen, wird es mir nicht darauf ankommen, euch ein paar Oliven abzulassen bei meiner Rückkehr, wenn ihr gerade Oliven dringend nötig habt. Es ist ja eine Gottesgabe, die man nicht hoch genug einschätzen kann. So jetzt muss ich aber gehen, weil ich mir noch eine Reisetasche bei Landa ausborgen will. Ach, gut, ja. Wenn man so reisen muss und keine Reisetasche hat, dann ist man auf die Mildherzigkeit der Nachbarn angewiesen. Nun also, leb wohl, gute Anna, leb wohl, guter Silvio, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und recht gute Reise, Fatima. Grüß auch deine Tochter vielmals, wir wünschen ihr gute Besserung. Danke, danke und nochmals, versorgt meine Oliven gut. Wir werden an nichts anderes mehr denken, rief ihr Silvio lachend. Nach. Als ich endlich die Tür hinter Fatima geschlossen hatte, sagte er zu seiner Mutter, was Fatima nur mit ihren Oliven hatte, seit Jahren war die Olivenernte nicht so reichlich als heuer. Man bekommt sie geschenkt und sie sind in diesem Jahre lächerlich billig. Oliven aufheben, das ist ja zum Lachen. Nun ja, sie wird im Winter keine Oliven kaufen können und will ein bisschen vorsorgen. Das wird es sein. Freilich glaube ich nicht, dass sie jemand die Oliven im eigenen Hause gestohlen hätte, zumal sie die Türe gut verschließt. Aber das geht uns nichts an. Wir heben die Oliven auf und damit fertig. Für Silvio war es und ist damit nicht ganz fertig. Fatima selbst hatte durch ihr breites Geschwätz die Neugierde in ihm geweckt. Die Frau galt bei manchen Dorfbewohnern als geizige, die gar nicht arm, sondern eher vermögend war. Doch wusste man nichts Sicheres. Um sich nun Gewissheit darüber zu verschaffen, ob und was eigentlich sich im Steinkrug befand, wartete Silvio eines Abends ab, bis seine Mutter sich schlafen gelegt, er die Wunderlampe anzünden und den Steinkrug durchleuchten konnte. Es befanden sich tatsächlich Oliven im Krug, doch unter den Oliven am Boden des Kruges schimmerte eine Anzahl Goldmünzen. Durch solchen Anblick verführt, begann Silvio den Steinkrug zu entleeren, um sich die Goldstücke einmal genauer anzusehen. Ja, es stimmte, es waren echte, grundehrliche Goldstücke, die aber doch den Oliven nicht guttun konnten. Darin hatte er ja schon recht. Wer Goldstücke hat, legt sie in einen Strumpf und nicht in einen Oliventopf, soviel ich weiß und mir bekannt ist, wenn auch nicht aus persönlicher Erfahrung. Oliven in Öl? Gut, das mag stimmen, aber Oliven und Goldstücke zusammen, das kann weder dem einen noch dem anderen guttun. So dachte wohl auch Silvio und legte zuerst die Oliven wieder in den Steinkrug. Nun hätte er freilich die Goldstücke oben auf die Oliven legen können, wodurch Fatima es bequemer gehabt hätte, falls sie ein Goldstück brauchen würde. Aber unser Silvio machte es noch anders. Er ließ sämtliche Oliven einsam für sich, band den Krug mit dem Pergamentpapier darüber zu und stellte ihn in den Küchenschrank. Die Goldstücke aber steckte er in die eigene Tasche, in der Platz genug war. Doch sagte er seiner Mutter selbstverständlich kein Sterbenswörtchen von dem, was er angerichtet hatte. Während wir unseren Teil darüber denken, jeder für sich. Die Tochter der Fatima schien sich indessen sehr rasch wieder erholt zu haben, denn wenige Tage nach Silvios Diebstahl stellte Fatima sich ein und verlangte ihre Oliven zurück. Sie nahm den Steinkrug gleich fest in ihre Arme, blieb aber doch noch ein halbes Stündchen schwatzend und sagte nebenbei, »So, jetzt hab ich meine Oliven wieder.« »Jawohl«, sagte Anna lachend, »und nicht eine einzige fehlt. Und wenn du diese Oliven verzehrt hast, kannst du dir bei uns neue holen. Wir haben keine angerührt, das darfst du mir glauben.« »Ach, das weiß ich ja, gute Anna, sonst hätte ich dir niemals meine Oliven anvertraut.« Und dann ging sie mit freundlichem Gruß und Dank. Silvio aber fühlte sich nicht gerade wohl, wünschte noch ein wenig an die frische Luft zu gehen, versprach aber bald nach Hause zurückzukommen. Während seine Mutter ihn auf einem Spaziergang wähnte, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als die Goldstücke im Hof unter einem Stein zu verbergen. Dann lief er noch zwei bis drei Mal ums Haus herum und kam wieder zurück. Er hatte sich kaum hingesetzt, als auch Fatima aufgeregt angestürmt kam. »Wo sind meine zwölf Goldstücke? Du, Anna, hast sie mir gestohlen, oder dein Sohn?« »Was fällt dir ein? Bist du verrückt geworden? Wie können wir deine Goldstücke gestohlen haben, da wir nicht einmal wissen, ob du je ein Goldstück in deinem Leben besessen hast? Das ist ja empörend. Du hast uns einen Krug Oliven anvertraut, aber keine Goldstücke. Aber die Goldstücke lagen ja unter den Oliven,« schrie Fatima. »Das wissen wir nicht. Hättest du uns einen Sack mit Goldstücken zur Aufbewahrung gegeben, würdest du ihn unversehrt und unangerührt zurückerhalten. Wir sind nicht die Leute, die fremdes Eigentum anrühren. Habe ich recht, Silvio? Du hast schon recht, Mutter. Da ist die Tür. Sieh zu, dass du weiterkommst, oder mein Sohn wird dich hinauswerfen. Wir werden dich vor Gericht wegen Beleidigung verklagen. Da ging Fatima scheltend fort und lief von Haus zu Haus, um die aufregende Angelegenheit zu erzählen. Am nächsten Tag wurden Anna und ihr Sohn vor den Richter geführt. Beide beteuerten hoch und heilig ihre Unschuld. Den Richtern kam's mit der Fatima mit ihren Goldstücken und Oliven etwas verdächtig vor. Dazu kam noch, dass im Hause Annas nicht ein einziges Goldstück gefunden wurde. Kurzum, Anna und ihr Sohn wurden freigesprochen und durften heimgehen. Anna beruhigte sich wieder, aber ihr Sohn, der ein schlechtes Gewissen hatte, wurde immer unruhiger. Bis die Mutter ihm eines Tages sagte, hör, mein Junge, du solltest ein wenig in die Fremde gehen. Du findest auch anderswo Arbeit und wenn du gut verdienst, kannst du mir etwas Geld senden und wenn nicht, werde ich mich schon alleine durchbringen. Das war dem Silvio recht und er nahm sogleich Abschied von seiner Mutter, verließ das Haus aber nicht ohne die zwölf Goldstücke, die er in seine Tasche steckte. Als er nun so über Land ging, die Blumen auf den Wiesen blühen sah und die Vögel sorglos singen hörte, wurde er recht traurig, weil er seine junge Seele mit einer Sünde befleckt hatte. Gegen Abend kam an einen Fluss, über welchen eine Brücke führte. Es kam ihm vor, als würde ihm das Gehen etwas schwer, und als er bis zur Mitte der Brücke kam, wurden ihm Füße und Beine so schwer, dass er sich nicht mehr vorwärts bewegen konnte. Da stand ein alter Mann, der die Brücke bewachte. Der sah, wie wackelig Silvio auf den Beinen stand und rief ihm zu, irre, junger Mann, ich sehe, du bist nicht gut auf den Beinen. Diese Brücke hier ist nämlich verzaubert, und solltest du etwas bei dir tragen, das dir von rechts wegen nicht gehört, möchte ich dir raten, umzukehren und einmal zu bedenken, dass Unrecht gut niemals gedeihen kann. Silvio wurde rot bis über die Ohren und sagte stotternd, das habe ich mir gleich gedacht und ich sage euch vielen Dank für den guten Rat. Dann machte Silvio kehrt und gelangte noch am selben Abend nach Hause. Die Mutter sagte, das war eine kurze Wanderschaft, mein Sohn. Silvio aber warf sich ihr wein zu Füßen und gestand seine schlechte Tat. Verzeih mir, Mutter, ich will es gewiss nie wieder tun. Gut, mein Sohn, ich will dir nicht böse sein, doch bringe das Geld sofort zur Fatima zurück. Sie wird wohl noch nicht zu Bett gegangen sein. Silvio ging sofort, fand aber Fatimas Tür verschlossen, doch sah durchs Küchenfenster. Fatima saß beim Schein an der Kerze am Tisch und zählte ihr Geld. Silvio klopfte ans Fenster, Fatima, mach mir die Tür auf, ich bringe dir deine Goldstücke zurück. Rasch versorgte Fatima das Geld, das sie auf dem Tisch liegen hatte, kam an die Tür und ließ Silvio eintreten. Wo ist das Geld? Wo? Wo? Ich werde es auf den Tisch legen, damit du nachzählen kannst. Meine Mutter hat das Geld nicht gestohlen und nichts davon gewusst. Ich hab's allein getan. Du siehst, ich bin ein Dieb. Der ehrliche Dieb kam kaum recht dazu, die Goldstücke einzeln auf den Tisch zu legen. Fatima ergriff eilend seinen Besen und bearbeitete damit den armen Jungen so kräftig, wie sie es nur vermochte. Doch hatte Silvio gegen die Prügel nicht viel einzuwenden, sondern fühlte sich bedeutend erleichtert, wenn er sich auch schleunigst auf und davon machte. Dann kam er vergnügt wieder bei seiner Mutter an, die nochmals ermahnte, doch ja, ehrlich zu bleiben. Das will ich, antwortete Silvio treuherzig, aber wenn es dir recht ist, möchte ich mich noch ein wenig in der Fremde in der Ehrlichkeit üben. Mach wie du willst, mein Sohn, sieh dich nur ein bisschen um in der Welt, aber nicht ohne die Zauberlampe, wenn du so gut sein wolltest, mir diese mitzugeben. Meinetwegen, doch richte nur keinen Unfug damit an, mein Sohn. Vergiss nicht, wie es dir einmal damit gegangen ist. Ich will nicht mehr darauf zu sprechen kommen, lasst ihr nur ein für allemal gesagt sein, ehrlich wird am längsten. Nun ging Silvio in die weite Welt hinaus und kam an die Brücke, wo ihm der Wächter schon von weitem zuwinkte. Er sah wohl, wie flott und frisch Silvio ausschritt. Die beiden grüßten einander als gute Jetzt sehe ich, dass du ein braver Bursche bist, dem was Rechtes schon aus den Augen leuchtet. Hast du Mut und ich traue dir den zu, kannst du ein gutes Werk ausführen. Sieh mal dort, jenseits der Brücke, wo du ein Licht funkeln siehst, befindet sich ein Schloss, das von einem Wehrwolf bewacht wird. Und im Schlosse selbst wird eine Prinzessin gefangen gehalten. Der Wehrwolf wird dich nicht eintreten lassen. Hier jedoch gebe ich dir ein paar Fleischbrocken und wirfst ihm diese hin, wird er sie fressen und danach einschlafen. Dann musst du die Schlüssel fürs Schloss suchen und zusehen, ob es dir gelingt, die Prinzessin zu befreien. Du musst wissen, dass sie die Tochter eines mächtigen Königs ist, und er wird sie demjenigen zur Frau geben, dem es gelingt, sie der Macht des Wehrwolfes zu entreißen. Ich will mein Möglichstes tun, versprach Silvio und ging mit kühnen Schritten über die Brücke. Das Schloss lag einsam auf dem Vorsprung eines Berges. Während Silvio hinanstieg, hörte er schon von Weitem ein schweres Schnarchen. Aha, dachte sich Silvio, das wird wohl der Wehrwolf sein. Nun, wir werden es mit dem Bürschchen schon aufnehmen. Da aber nur noch wenige Schritte entfernt vom Schloss Eingang war, sah er das gewaltige und wüstetier auf die Füße springen. Es brummte bedrohlich, Hunger, Hunger tut nicht gut, riecht man Menschen, Fleisch und Blut. Komm nur her, du kleiner Christ, bist, wenn du nicht zu mager bist. Aha, die Einladung klang bedenklich. Schon wollte sich der Wehrwolf auf Silvio stürzen. Der aber, nicht faul, warf ihm eilend die drei Fleischbissen hin, über die sich der Wolf sofort hermachte. Sie verschluckte, schläfrig wurde und sich dann hinwarf. Silvio wartete noch ein Weilchen, um sich zu überzeugen, dass der Wehrwolf auch gründlich eingeschlafen war. Ja, ja, es war gut so, er begann zu schnarchen. Silvio bedauerte, keine Waffen bei sich zu haben, so dass er die Gelegenheit, den Wehrwolf auf der Stelle zu töten, nicht ausnutzen konnte, denn sein winziges Taschenmesser hätte er längst nicht genügt, um solch einem mächtigen Ungeheuer den Chaos zu machen. Es war zwar kein angenehmer Augenblick, als Silvio genötigt war, über das schlafende Tier hinweg zu steigen, doch zum Glück für Silvio erwachte es nicht. Und so konnte er ungehindert durch das große Tor ins Schloss gelangen. Er kam in einen geschlossenen Hof, blickte sich um und bemerkte ein erleuchtetes Fenster zu ebener Erde. Das Fenster war aber vergittert durch armdicke Eisenstäbe, die so nah aneinander gesetzt waren, dass ein schmales Kind nicht hätte hindurch gelangen können. Silvio überlegte, was zu machen sei, und pfiff nachdenklich vor sich her. Da zeigte sich plötzlich ein wunderschönes Mädchengesicht am Fenster, das sogleich geöffnet wurde. Bitte erschreck nicht, ich bin's nur, Silvio, und du bist vielleicht die Prinzessin, die hier gefangen ist? Ja, ich bin die Prinzessin Amanda, und was willst du hier? Sie lächelte mit einer gewissen Wehmut, doch zugleich sehr freundlich. Ich bin gekommen, dich vom Wehrwolf zu befreien. Oh, das wäre herrlich, aber das Schloss hat nur eine Tür und nur ein Fenster. Die Querstangen am Fenster lassen sich ausheben, doch bedarf es hierzu eines kleinen Schlüssels, der irgendwo im Hause verborgen sein muss. Ich weiß nicht wo, und wie kann ich einen solch kleinen Schlüssel finden? Nimm diese Lampe, zünde sie an und gehe damit durch alle Räume. Es ist eine Zauberlampe, die alle festen Gegenstände durchleuchtet. Die Prinzessin nahm die Lampe durch das Gitter in Empfang und ging den Schlüssel suchen. Es dauerte eine geraume Zeit, bis sie wiederkam und währenddessen schneichte der Wehrwolf nicht mehr so fest wie vorher. Ich finde ihn nicht, ich finde den Schlüssel nicht, hörte Silvio die Prinzessin klagen, während er in höchster Ungeduld und Unruhe wartete. Sie hatte den Schlüssel, der nicht größer war als ihr kleiner Finger unter einem Haufen Kichererbsen entdeckt, und ohne die Wunderlampe würde sie ihn sicherlich niemals gefunden haben. Sie reichte den Schlüssel Silvio durchs Fenster, er schloss auf, öffnete das Gitter und reichte der Prinzessin die Hand, damit sie leicht vom Gesims herabspringen konnte. Jetzt hieß es nochmals über den Wehrwolf hinwegsteigen. Er brummte unwillig, als fühle er sich im Schlafe gestört, doch zum großen Glück der beiden Flüchtlinge erwachte er nicht. Hand in Hand eilten sie jetzt dem Flutze zu. Silvio trug in der rechten Hand die brennende Lampe, die ihm auf dem Wege ein wahrer Segen war, denn die Nacht war schon angebrochen. Kaum waren sie bei der Brücke angelangt, als der Wehrwolf ihnen nachgesetzt kam. Der kam rascher vorwärts als Amanda und Silvio. Sie liefen so rasch sie nur konnten und der Wächter sah, dass Silvio nicht allein kam. Die weißen Kleider der Prinzessin leuchteten im Licht der Lampe und im Haar schimmerte ein Diadem. Der Wächter rief ihm mit lauter Stimme entgegen »Fürchtet euch nicht! Der Wehrwolf wird euch nicht mehr erreichen!« Und wahrhaftig, sobald er sich auf der verzauberten Brücke befand, vermochte er sich nur schwer fällig vorwärts weil er die Prinzessin geraubt hatte. Und als er schnaubend und keuchend bis zur Mitte der Brücke gekommen war, konnte er nicht weiter und warf sich vor Ärger in den Fluss, in dem er sogleich versank. Silvio und die Prinzessin aber hatten gleichwohl noch Angst und liefen so sehr, dass dem Silvio die Lampe aus der Hand glitt und in den Fluss fiel. Der Wächter lachte und sagte, du musst der Lampe nicht nachspringen, sie hat dir genug gedient. Und jetzt komm mit mir, ich will euch zum König Mario führen. Der König war überglücklich, als er seine Tochter wieder hatte und fragte sofort Silvio den Retter, ob er sie zur Frau haben wolle. Ja, wenn sie mich haben will, antwortete Silvio schüchtern und zerfragend auf die Prinzessin. Sie lächelte, gab ihm beide Hände und sagte, ich will Silvio. Nun sollte sofort die Hochzeit gefeiert werden. Der König ließ auf Silvios Wunsch hin durch zwölf Grafen die Mutter holen. Zu gleicher Zeit schickte Silvio hundert Goldstücke an Fatima, damit auch sie eine Freude habe. Fatima durch die noble Gabe beschämt eilte an den Hof, um sich Silvio zu Füßen zu werfen. Sie bat ihn inständig um Entschuldigung, weil sie ihn doch einmal verprügelt hatte. Er aber lachte. Nein, das hast du gut gemacht, ich habe es an deinen Schlägen leichter getragen, als an meinem bösen Gewissen. Als Silvio später König wurde, verstand er das Regieren ausgezeichnet. Er stellte recht vernünftige Gesetze auf, und man sagt, es habe während seiner Herrschaft nur sehr wenig Diebe gegeben. Der Zauberspiegel Drogen im kalten Norden, wo der Sturm heulend die Bogen des brausenden Meeres peitscht, stand einsam und gottverlassen eine halb zerfallene Fischerhütte. Das verwunschene Dünenhaus nannten es die Leute im Dorf mit scheuem Blick. Und wenn sie abends zum Fischfang auf See gingen, dann machten sie einen großen Bogen um das elende Häuschen, trotzdem es schon lange Zeit leer stand. Vor vielen, vielen Jahren aber hauste darin der alte Fischer Steffen Jansen mit seiner blühenden Enkeling Ingeborg. Hart und geizig war er gegen die Armen, die an seine Tür pochten, mit Schimpf und Schande jagte er sie davon. Und schön Ingeborg musste gleich einer Betteldirne in Lumpen einher gehen. Dabei häuften sich in seiner Kammer die kostbarsten Meeresschätze, leuchtender Bernstein, rosenrote Korallen und schimmernde Perlen. Dazwischen lagen Güter von gestrandeten Schiffen aufgestapelt, große Ballen, prächtige Gewänder und seltene Schmuckstücke. Aber ängstlich hielt Steffen Jansen seine Reichtümer vor jedem, selbst vor seiner Enkelin verschlossen. Niemals durfte Ingeborg einen Blick in die geheimnisvolle Kammer tun. Nicht immer war Steffen Jansen so habgierig und geizig gewesen. Früher, als er noch nicht der reiche Mann war, tat er mit vollen Händen Gutes. Da war keiner ungetröstet von seiner Schwelle gegangen. Steffen Jansen besaß ein wundersames Stück Glas, eine Sturmflut hat es einst an Land gespült. Hell und klar war es und wenn er hindurchschaute, konnte er die ganze Welt dadurch sehen. All die Armen, Hungernden und Verlassenen erblickte er, all die Kranken und Traurigen. Und das Wunderglas machte sein Herz milde und seine Hand offen, dass er seinen Mitmenschen half, so viel er konnte. Eines Tages war das klare Kristallglas Steffen Jansen aber nicht mehr schön genug. Er ließ es von einem umherziehenden Goldschmied versilbern. Und siehe da, als er es nun wieder zur Hand nahm, da erblickte er nicht mehr wie sonst die ganze Welt darin, nein, sein eigenes Bild strahlte das Glas zurück. Aus dem Wunderglas war ein Spiegel geworden. Nur sich selbst sah Steffen Jansen noch in seinem Glase, vergessen hatte er die Armen, Kranken und Traurigen. Da geschahs eins, dass Steffen Jansen den Schlüssel zu seiner Schatzkammer stecken ließ. Ei, dachte Ingeborg, endlich werde ich hinter Großvaters Geheimnis kommen. Und voller Neugierde schloss sie die Kammer auf. Hier schwindelte, als sie all die Herrlichkeiten erblickte. Mit beiden Händen wühlte sie in den leuchtenden Perlenschnüren und schlang sie sich um den schneeweißen Hals. Ein funkelndes, güldenes Gewand tat sie an, durch das wehende Haar, das wie gesponnenes Gold glänzte, wand sie rote Korallen und ein blitzenes Edelstein Diadem drückte sie sich auf die Stirn. Da entdeckte sie plötzlich das Wunderglas des Großvaters. Niemals hatte Ingeborg einen Spiegel gesehen. Sie schaute hinein und klatschte jubelnd in die Hände. Wie schön, wie wunderschön! War sie selbst jenes holzselige Mädchen, das sie aus dem Glase mit purpurnen Lippen entgegenlachte? Ingeborg konnte sich an ihrem Spiegelbild nicht satt sehen. Die Sonne sank als glühender Ball in das Meer, aber sie merkte es nicht. Sie dachte nicht daran, die Abendsuppe ans Feuer zu setzen, sie hörte nicht den schweren, wuchtigen Schritt des heimkehrenden Großvaters. Regungslos starrte sie voll eitler Lust in das Spiegelglas. Plötzlich schrak sie empor. Steffen Janssen stand hinter ihr, einen fürchterlichen Fluch stieß er hervor, mit brüllender Stimme, die schauriger klang als das Branden der Wellen und das Heulen des Sturmes. Schaust du in den Spiegel, Bursten wie dem Igel wachsen dir auf dem Gesicht, deine Augen klar und Licht, deck dein trüber Eulenschleier und dem Schnabel gleich des Geier wird die Nase samt Haut wund und zum Ochsen Maul der Mund. Grausen folgt dir weit und breit, Fluch treff deine Eitelkeit. Oh, Schrecken! Entsetzt starrte Ingeborg ihr Spiegelbild an. Die zarte, weiche Haut wurde plötzlich wund und borstig, die lichten Blauaugen blinzelnd und trübe. Eine fürchterliche Hakennase wuchs ihr im Gesicht und ihr kleiner Rosenmund zog sich breit von einem Ohr zum anderen wie das Maul eines Ochsen. Das güldene Gewand hatte sich in schmutzig grauen Sack verwandelt, die Perlkette in nasse Krabben, die Korallenschnüre in wimmelnde Kauquappen und statt des Diadems saß ihr plötzlich eine scheußliche feuchtkalte Unke mitten auf der Stirn. Nur das leuchtende Goldhaar und die weiche Stimme waren unverändert geblieben, die hatte Steffen Janssen in seinem Zauberspruch vergessen. Da ergriff Ingeborg voll grausend den Spiegel und rannte laut schreiend aus dem Hause hinab ins Dorf. Und die Fischersleute, die friedlich vor ihrem Häuschen ihr Abendpfeifchen rauchten, fuhren voll entsetzend empor. Die lustig in der Dorfstraße spielenden Kinder stoben erschreckt auseinander, die Frauen, die in den Sandhafer in Gaben banden, kreischten, der Teufel kommt, der Teufel kommt, und sie verhüllten ihr Gesicht. Ingeborg aber lief weiter, immer weiter. Die Hunde blafften sie an, die Gänse und Hühner liefen vor ihr davon, und die Möwen in der Luft schlugen wild mit den Flügeln. So lief sie die ganze Nacht, bis sie das Rauschen des Meeres nicht mehr vernahm. Schließlich sang sie ermattet in einem dunklen Walde nieder. Als sie aus ihrem tiefen Schlummer erwachte und sich verschlafen erhob, zog Frau Sonne, die eben noch lachend aus ihrem Himmelsfenster auf die Erde lugte, geschwind ihre Wolkenvorhänge zu. Der Magenwind, der durch die Bäume wehte, hielt jäh den Atem an. Baum und Busch neigten sich plötzlich zur anderen Seite und das Waldbächlein floss davon, so schnell es nur konnte. Die Vöglein verstummten entsetzt, ja, selbst die zarten Blumenkinder, die so freundlich aus grünem Waldmus grüßten, wandten voll abscheu die Köpfchen. Da riss Ingeborg den Zauberspiegel aus dem schmutzigen Sackleit und schaute hinein, und als sie ihr grässlich entstelltes Antlitz erblickte, schleuderte sie das Wunderglas laut weind in das klare Wasser des Waldsees zu ihren Füßen. Mit einem Male ging ein seltsames Rauschen durch die grüne Flut. Schwefel gelb sah der See aus, das brauste, gärte und brodelte aus dem Grunde, und plötzlich erhob sich ein schöner Frauenleib mit langem Fischschwanz aus der Tiefe. Silbernes Nixenhaar flutete gleich einem Mantel um ihre weißen leuchtenden Schultern, und in der Hand hielt sie den Zauberspiegel. Dein Spiegel rief mich, sagte sie mit klingender Stimme, ohne vor Ingeborgs Hässlichkeit zurückzubeben, was ist dein Begehr? Da erzählt ihr Ingeborg schluchzend von ihrer scheußlichen Verwandlung und bat die schöne Nixe flehentlich, ihr zu helfen, den Fluch zu lösen. Hier, nimm deinen Spiegel wieder, sprach die Wasserfrau ernst, wahre ihn gut, durch ihn allein kannst du wieder entzaubert werden. Und nun mache dich auf und wandere, raste nicht eher, als bis ein Mensch Mitleid mit deinem Ingeborg aber eilte wie gejagt über Berg und Tal durch die Driften Dörfer und Städte. Doch wohin sie auch kam, wandte man sich voll grausend von ihr ab. Da wagte sich Ingeborg gar nicht mehr aus den tiefen Wäldern hinaus, denn die wilden Tiere dort taten ihr nichts, selbst denen war sie zu hässlich. Viele Tage war Ingeborg schon herumgeirrt, da sah sie einst gegen Abend eine herrliche Stadt. Aber sie traute sich nicht hinein zu den bösen Menschen und so legte sie sich auf das Moosbett im Walde zum Schlummer nieder. Ganz finster war es heute, es war eine Neumondsnacht, man sah die Hand vor Augen nicht. Plötzlich knackte es in den Büschen, Ingeborg fuhr empor, ein Mensch stand vor ihr. Ingeborg, die mit der Hässlichkeit der Eulenaugen auch deren Fähigkeit erhalten hatte, im Dunkeln zu sehen, unterschied deutlich seine hohe, schlanke Gestalt im grünen Jägerwams, die blonden Locken und das strahlende, blaue Auge. Er jedoch konnte Ingeborgs Hässlichkeit in der schwarzen Nacht nicht sehen, nur ihr goldenes Haar, das unverändert geblieben, schimmerte und leuchtete zu ihm herüber. Wer du auch bist, holdes Wesen, redete der junge Jägersmann Ingeborg an, ob Waldelf oder Menschenkind, führe mich aus diesem Walde, in dem ich mich von meinem Gefolge verirrt habe, es soll dein Schaden nicht sein. Gern, sprach Ingeborg mit weicher Stimme, welcher der Flucht des Großvaters nichts hatte anhaben können. Er griff seine Hand und schritt ihm voran. Als der Wald sich ein wenig lichtete, blieb Ingeborg stehen. Weiter kann ich dich nicht führen, sprach sie scheu, aber du kannst den Weg jetzt nicht mehr verfehlen. Er aber ließ ihre Hand nicht los. Komm mit mir, bat er, deine Stimme ist süßer als die lieblichste Musik, folge mir in mein Königsschloss. da sprach Ingeborg weinend, wenn du mein garstiges Antlitz erst schaust, wirst du dich mit Grausen von mir wenden wie alle übrigen Menschen. Er jedoch wollte nicht glauben, dass sie gar so hässlich sei und bestürmte sie mit ihm zu kommen. Und da der stattliche junge König ihr überaus gefiel, willigte Ingeborg schließlich ein, doch nur unter der Bedingung, dass sie ihr Antlitz fest verhüllen dürfe. Aber als sie am Königsschloss anlangten, wurde der König von allen Seiten jubelnd begrüßt. Dahin schlüpfte ihm Ingeborg geschwind und huschte in den Schweinestall. Als der Knecht am anderen Morgen das grässliche Wesen im Stall erblickte, wollte er es mit einer Forke davonjagen. Ingeborg aber bat ihn flehentlich, jedoch einen Unterschlupf im Schweinestall zu vergönnen. Sie wolle auch alle Stallarbeit für ihn besorgen. Meinetwegen, brummte der Knecht roh, aber wehe dir, wenn du dich mal draußen sehen lässt, du Missgeburt. So hauste nun Ingeborg im Schweinestall. Die niedrigste Arbeit tat sie. Sie schlief mit den Schweinen auf einer Streu und aß mit ihnen aus einem Trog. Der König aber konnte Ingeborgs goldene Haare und ihre holde Stimme nicht vergessen, im ganzen Land musste man nach ihr suchen. Doch vergebens. Da ließ er bekannt machen, binnen dreier Tage sollten sich alle schönen Jungfrauen des Landes im Schloss einfinden und die, welche die goldensten Haare hätte und die süßeste Stimme, sollte seine Braut werden. Und aus Ost und West, aus Nord und Süd kam goldhaarige Mägdelein in Schan gezogen. Doch keine gefiel dem König. Ingeborg aber saß im Schweinestall und schaute durch das trübe Fensterchen auf all die anmutigen Jungfrauen und ihre Tränen flossen Tag und Nacht. Denn sie hatte den schönen freundlichen König von Herzen lieb gewonnen. Das Wasser aus ihren Augen tropfte auf den Zauberspiegel herab, den sie stets auf dem Herzen trug. Und als der dritte Tag sich neigte, weinte sie noch heißer als zuvor. Nun musste der König seine Wahl treffen. Ach, warum war sie solch ein grässliches Scheusal? Sie zog das Zauberglas hervor, aber siehe, der Spiegel warf nicht mehr ihr hässliches Bild zurück. Ihre Tränen hatten, das Silber von ihm abgewaschen, klares, reines Glas wie einst war wieder geworden. In demselben Augenblick fühlte Ingeborg, wie es hell und Licht vor ihren verschleierten Augen ward. Die Geiernase wurde klein und zierlich, das Ochsenmaul zum Rosenmund, die borstige Haut wieder zart und rosig, und das graue Sackkleid verwandelte sich plötzlich in ein güldenes Gewand. Statt der hässlichen Krabben, Kaulquappen und der feuchtkalten Unke schmückten leuchtende Perlen und glitzernde Edelsteine wieder Hals und Stirn, denn ihre Tränen hatten den furchtbaren Fluch getilgt. Und als der letzte goldene Sonnenstrahl aus dem Königssaal huschte und der König eben traurigen Herzens die Hand einer Jungfrau ergreifen wollte, da öffnete sich die Tür und demütig das schöne Haupt neigend trat Ingeborg ein. Jauchzend eilte der König auf sie zu, denn ihr Haar flimmerte goldener als die Abendsonne. Und als sie zu ihm sprach, klang es süßer als Himmelstöne. Ingeborg allein sollte seine Braut werden. Mit Glanz und Pracht wurde die Hochzeit gefeiert. Ingeborg aber bat den König, alle Spiegel im Schloss fortschaffen zu lassen, denn niemals wieder wollte sie sich an ihrer wiedergewonnenen Schönheit weiden. Täglich aber schaute der junge König und schön Ingeborg durch das Zauberglas. Mit mildem Herzen tilgten sie allen Jammer und Kummer, den das klare Glas ihnen zeigte, und weit und breit pries man ihren Namen. Der Zauberer der Wüste In der Wüste Gobi, die mitten in Asien liegt, zwischen Tibet und China und die so unbekannt ist, dass nicht einmal die Zeitungen etwas von ihr schreiben können, lebte einmal ein alter Zauberer. Alle Karawanen, die durch die Wüste kamen, wussten von ihm zu erzählen, denn er ließ keinen Reisenden ungeschoren durch sein Gebiet. Dabei begnügte er sich nicht etwa damit, den Reisenden das Geld oder die Schätze abzunehmen, er schnitt ihnen auch noch die Ohren oder die Nase oder eine Lippe oder einen Finger ab oder aber stach ihnen ein Auge aus. Das behielt er dann, zum Andenken, wie er sagte. Manche Reisenden und namentlich die Frauen behielt er überhaupt zurück. Er verwandelte sie in Tiere, wie man sich erzählte. Ja, kein Wunder, dass alle Länder und Völker am Rande der Wüste schwer unter dieser Plage litten. Da war keine Ortschaft, in der nicht einäugige, neunfingrige oder nasenlose herumliefen. Da war keine Familie, von der nicht irgendein Mitglied spurlos in der Wüste verschwunden war. Die Dschinnen, die Geister der Wüste, hatte sich der mächtige Zauberer auch untertan gemacht, ebenso wie die meisten Wüstentiere. Da kaum mehr eine Karawane es wagte, den Weg durch die Wüste zu nehmen, so stockte der ganze Handel zwischen den beiden mächtigen Ländern. Ein paar Mal schon hatten kühne Fürsten versucht, mit einem starken Aufgebote von Bewaffneten gegen den Schrecken des Landes vorzugehen, jedoch ohne irgendwie Erfolg zu haben. Einmal war der mächtige Vizekönig der chinesischen Provinz Shanxi mit hunderttausend Kriegern aufgebrochen, hatte die ganze Wüste durchstreift und jedes kleine Fleckchen abgesucht, ohne auch nur eine Spur des listigen Zauberers zu entdecken. Als aber der Vizekönig schließlich unverrichteter Dinge abzog, war plötzlich die Nachhut verschwunden. Fünfhundert Mann der besten Truppen fehlten. Der Vizekönig zog wieder zurück und suchte noch einmal die Wüste ab, ohne jedoch etwas anderes zu finden, als ein Dutzend seiner Krieger, denen die Nase und die Zungenspitze abgeschnitten war, so dass sie nicht einmal sprechen konnten. Nun lebte am Hofe des Raja von Nepal am Himalaya ein junger Edler, der Sirdaka hieß. Er war bei seinem Fürsten sehr beliebt, da er dichten konnte und die Taten des Fürsten im Liede besang. Als der von den Misserfolgen des chinesischen Königs und seines großen Heeres hörte, machte er ein Spottgedicht darauf, das er bei Hofe vorlas. Das Gedicht gefiel dem Fürsten gar wohl, aber er ärgerte sich doch darüber, dass der junge Pfand alles verspottete, ohne doch selbst etwas zu leisten. Du hast gut spotten, rief er ihm zu, bestehe doch selbst einmal ein Abenteuer. Ich gebe mir die Gelegenheit dazu, antwortete Sirdaka. Gelegenheit? Nichts einfacher als das. Ziehe doch aus, um das Land von dem schlimmen Zauberer zu befreien. Der junge Mann stutzte. Darauf war er nicht vorbereitet, aber dann machte er dem Fürsten eine tiefe Verbeugung und antwortete, ich bin bereit dazu. Der Fürst, dem der Mut des jungen edlen gefiel, klatschte in die Hände. Bravo, rief er, so ist es recht. Nimm mit, was du zu deinem Zuge nötig hast. Meine Schatzkammer, mein Maßstall und mein Heer stehen zu deiner Verfügung. Wähle dir aus, was du brauchst und wenn du diesen schlimmen Zauberer überwindest, so ist dir mein Dank gewiss. Du weißt, dass ich keine Söhne habe. Wahrhaftig, du sollst mein Erbe sein. Sirdaka kreuzte die Arme über der Brust und verneigte sich noch einmal tief vor dem Ratscher. Dann ging er um seine Vorbereitungen zu treffen. Er wählte zehn kräftige Krieger, zehn feurige schwarze Hengste und ein Dutzend Maultiere, die die Vorräte tragen sollten. Als sie schon fünfzig Tage lang geritten waren, kamen sie in eine Ortschaft, die am Rande der Wüste lag. Die Einwohner, unter denen sich kaum einer befand, der nicht durch den Verlust irgendeines Gesichtsteiles entstellt war, schlichen trüb durch die Gassen. Als sie den Zweck von Sirdakas Zuge erfuhren, fingen sie laut an zu lachen. Was? Der chinesische Vizekönig mit hunderttausend Mann nichts erreichen und ihr paar Leute wollt den Zauberer bezwingen? Schneidet euch doch gleich selbst die Nasen ab! Sirdaka wünschte, ein paar von den Einwohnern als Führer zu den nächsten Oasen mitzunehmen. Aber sie schüttelten alle den Kopf. Nur einer, dem der Zauberer außer einem Ohr auch noch seine Braut weggenommen hatte, erklärte sich schließlich bereit, sie zu führen. Beim Anbruch der Nacht ritten sie aus der Stadt und bald sahen sie nichts mehr vorne, hinten, zu beiden Seiten als nur den gelben Wüstensand. Sirdaka ritt mit dem Führer voraus und ließ sich von ihm berichten, was er von dem Zauberer wusste. Viel war es nicht, der arme Mann war mit einer indischen Karawane hinausgezogen. In der Nacht hatten sie in einer Oase gelagert, als sie am anderen Morgen aufwachten, waren alle Schätze und Vorräte sowie zwanzig persische Sklavinnen und etwa ein Dutzend Männer verschwunden. Die übrigen konnten sich mit dem Verluste von einem Ohre, einem Finger oder einer Nase trösten. Sirdaka beschloss also, immer die Nacht über zu reiten und am Tage Rast zu halten. So waren sie schon fünf Tage lang durch die Wüste gestreift, ohne auch nur das geringste wahrgenommen zu haben. Da trafen sie auch eine kleine grüne Oase, in der Sirdaka für einige Zeit Halt zu machen beschloss. Der Tag verging und die Nacht auch. Nichts ereignete sich. Auch die zweite Nacht verging ruhig, aber am anderen Morgen bemerkte einer der Krieger, der als Wachposten ausgestellt und dabei für eine Viertelstunde eingenickt war, dass ihm ein Ohr fehle. Schmerzen hatte er gar nicht, auch sah man an der Stelle keine Wunde, nur einen schmalen roten Streif. Sirdaka verdoppelte seine Wachsamkeit, da nun wusste, dass der Zauberer in der Nähe war. Das hinderte jedoch nicht, dass am anderen Morgen zwei andere seiner Leute den Verlust von je einem kleinen Finger beklagen konnten. Die nächste Nacht ging Sirdaka ein wenig aus der Oase heraus und streckte sich auf dem Sande aus. Er stellte sich schlafend und schloss die Augen. Dabei lauschte er aber angestrengt auf jedes Geräusch. Ein paar Stunden mochte er so gelegen haben, als er plötzlich in der Luft ein leises Sausen vernahm. Er blinzelte umher, konnte aber nirgends etwas entdecken. Nach einer Weile hörte er wieder das eigentümliche Rauschen in der Luft, das diesmal dicht über hinweg zu gleiten schien. Er fühlte eine große Schlafsucht, gegen dir mit aller Kraft ankämpfte. Er sprang auf und griff in die Luft, ohne doch etwas zu fassen, und dann verlor sich das Sausen in der Ferne. Am anderen Morgen bemerkten seine Leute in der Wüste einen kleinen Affen, der, wie von einem unsichtbaren Feinde verfolgt, gerade auf die Oase zulief. Hinter ihm hörte man das merkwürdige Sausen. Ja, Sardaka glaubte, große weiße Hände von verschwommenen Formen nach dem Affen greifen zu sehen, aber unterdessen war der kleine Affe in der Oase angekommen und versteckte sich zwischen die Krieger, denen er nicht von der Seite ging. Es war ein sehr zutunliches Tierchen, das sich von allen streicheln und liebkosen ließ. Am Abend des selben Tages hörte Sardaka in der Oase ein fürchterliches Gebrüll. Er lief zu der Stelle hin, gefolgt von seinen Leuten und sah einen gewaltigen Löwen, der das kleine Äffchen verfolgte. Dieses entwischte ihm mit knapper Not, indem es auf einen Palmbaum kletterte. Aber kaum war es halb am Stamm in der Höhe, als es laut aufschrie und beinahe vor Schrecken dem Löwen in den offenen Rachen gefallen wäre. Eine große, bunt schillernde Schlange kroch nämlich aus der Krone des Baumes heraus und fuhr mit offenem Maul auf das arme Tier los. Serdaka legte einen Pfeil auf seinen Bogen, schoss ab und das Geschoss stak in dem Rachen der giftigen Schlange. Dann sprang der junge Held mit dem Schwerte in der Hand auf den Löwen los, dem er mit einem gewaltigen Streiche den Schädel spaltete. Das Äffchen sprang vom Baume und setzte sich auf seine Schulter. Es zitterte noch vor Angst am ganzen Kaper. Serdaka kehrte zum Lagerfeuer zurück und setzte sich mit seinen Genossen auf den Sand. Da sah er, wie der kleine Affe aus seinem Köcher einen Pfeil heraus zog und er schaute neugierig dem wunderlichen Treiben des Tieres zu. Der Affe kauerte sich auf den Boden und schrieb mit dem Pfeile Worte in den Sand. Erstaunt blickte Serdaka hin und las »Ich heiße Ketil und bin von dem Zauberer in einen Affen verwandelt worden.« Serdaka nahm den kleinen Affen und setzte ihn auf seine Knie. »Kannst du verstehen, was ich spreche?« fragte er. Der Affe nickte. »Gut«, sagte Serdaka, »ich werde dich fragen, was ich wissen will, und du wirst mir die Antwort in den Sand schreiben.« So geschah es, und Serdaka erfuhr vieles über das Leben und Treiben des rätselhaften Zauberers. Nicht weit von der Oase entfernt lagen seine riesigen Paläste, die für die Augen vorübergehender unsichtbar waren. Bewohnt wurden die weiten Gemächer von dem alten Zauberer und von tausenden von geraubten Frauen, die er zu Sklavinnen gemacht hatte. Alle männlichen Gefangenen hatte er in Affen, Papageien, Schweine und Schafe verwandelt, von denen von Zeit zu Zeit eines geschlachtet wurde. Bewacht wurde der Palast von ganzen Rudeln von Schlangen, Krokodilen, Tigern, Pantern, Leoparden und Löwen, Nashörnern und Elefanten, außerdem aber von den Dschinnen, den Luftgeistern der Wüste. Da der Zauberer gern einmal wieder Affenbraten essen wollte, so hat er den Dschinn befohlen, Ketel zu schlachten. Dieser war davongelaufen und war glücklich, seinen Verfolger nennt Komm. Sirdaka saß noch bis tief in die Nacht hinein mit dem kleinen Affen zusammen und beratschlagte mit ihm. Um Mitternacht rief er seine Krieger zusammen. Dort, sagte er, indem er nach Osten zeigte, kaum drei Bögenschüsse von uns entfernt liegt der Palast des Zauberers. Ich werde jetzt von dem Affen begleitet dorthin eilen. Ihr aber haltet euch bereit, so wie ihr den ersten Schreier eines Geiers vernehmt, ergreift eure Waffen und stürzt zu der Richtung, die ich euch zeige. Dann machte er sich auf den Weg, indem er den Affen unter seinem Mantel verbarg. Er mochte eine halbe Stunde weit gegangen sein, als ihn das Äffchen am Ärmel zupfte. Das war das verabredete Zeichen, dass er sich vor dem Palaste des Zauberers befände. Sirdaka blickte um sich, jedoch konnte er weiter nichts entdecken als einen dichten Nebel, der sich in einiger Entfernung vor ihm erhob. Er schritt darauf zu. Aber es war unmöglich darin einzudringen, da ein siebend heißer erstickender Qualm ihm entgegenschlug. Nach mehreren vergeblichen Versuchen schlug er sich seinen weißen Mantel fest um den Kopf, nahm einen Anlauf und sprang kühn in den Rauch hinein. Er eilte so rasch wie möglich vorwärts, bis er fühlte, dass er die dichte Nebelwand durchschritten hatte. Nun riss er den Mantel wieder vom Gesicht herunter und sah sich um. Da bemerkte er, dass der ganze Boden von Riesen Schlangen und Krokodilen wimmelte, die sich auf ihn stürzten. Vorsorglicherweise hat er Panzerschienen über die Beine gezogen, sodass die Zähne der Bestien an dem harten Stahle abbrachen. Er zog sein langes Schwert und schlug sich mit scharfen Hieben eine Gasse. Da bemerkte er hinter den Schlangen und Krokodilen einen Wall von mächtigen Elefanten und Nashörnern, die nur zu erwarten schienen, bis er durch die giftigen Bestien durchgedrungen sei, um ihn dann mit schweren Tritten zu zermalmen. Einer der Elefanten streckte seinen langen Rüssel aus, um Sirdaka am Schopfe zu fassen und zu sich hin zu ziehen. Aber der junge Held kam ihm zuvor. Er fasste mit beiden Händen den Rüssel und schwang sich mit einem gewaltigen Schwung auf den Rücken des schwarzen Ungetüms. Der Elefant, der wohl annahm, und dass Sirdaka am anderen Ende wieder herunterspringen würde, drehte sich rasch um, um ihn dort zu empfangen. Aber Sirdaka blieb ruhig auf dem Rücken sitzen, während der kleine Affe mit flinken Sätzen dem Elefanten an den Hals sprang, den großen Ohrlappen aufhob und ihm mit einem scharfen Pfeile unbarmherzig ins Ohr stach. Das ungeheuer brüllte vor Schmerzen, bäumte sich und schob sich mit gewaltiger Kraft durch die breite Kette der anderen Dickhäuter durch. Hinter diesen lagerte eine unabsehbare Schar von Pantern, Hyänen, Löwen und Tigern. Dort raste der Elefant hinein, den die fortwährenden Stiche des Affen halb wahnsinnig vor Schmerzen machten. Die Raubtiere brüllten unter seinen Tritten und stürzten sich auf den rasenden Dickhäuter, ohne ihn jedoch in seinem Laufe hemmen zu können. Ein schwarzer Panther sprang mit einem mächtigen Satz auf den Elefanten, um seinen Reiter zu zerfleischen, aber Sardakas Haarscharfes Schwert schnitt ihn mit einem gewaltigen Hebe den Kopf ab. Kaum hatte der junge Krieger diesen Streich getan, als er sah, wie ein prachtvoller Königstiger vom Boden aufschnellte, um sich auf ihn zu stürzen. Sardaka streckte sein langes Schwert aus und empfing den Tiger im Sprunge, so dass die Waffe ihm durchs Herz fuhr und am Rücken wieder herauskam. Unterdessen hatte der Elefant die dichten Scharen der Raubtiere durchbrochen und Sardaka sah dicht vor sich die hohen Säulen Reihen eines weiten Palastes. Er sprang ab und mit ihm das Äffchen, das ihn so schnell wie möglich in den Schatten der Säulen Reihe hineinzog. Draußen hörte man noch das laute Trompeten der Elefanten, das Brüllen der Löwen und das Bellen der Im Palaste selbst herrschte eisiges Schweigen. Kein Mensch schien darin zu sein. Der kleine Affe führte Sardaka durch eine große Furcht weiter Gemächer, die alle leer zu sein schien. Dann kam sie durch einen runden mit gras bewachsenen Hof, in dem eine große Menge von Schweinen und Schafen schlief, während ringsherum in großen Käfigen Papageien und Affen hockten. Das waren die Gefangenen des Zauberers. Leise schlich sich Sardaka mit seinem kleinen Begleiter vorbei. Sie kam jetzt an einen weiten Saal. Der Affe blieb an dem Türvorhange stehen und bedeutete zitternd den Krieger hindurch zu sehen. Sardaka tat wie ihm geheißen, doch er sah nichts. Dagegen hörte er jenes unheimliche sausende Geräusch, das er schon kannte, durch den ganzen Saal hingleiten. Ach, flüsterte er leise, das sind die schrecklichen Dschinnen. Der Affe nickte, aber als ihn Sardaka fragte, wie man den Luftgeistern begegnen könne, schüttelte er nur mit dem Kopf und zog ihn rasch fort. Sie kam über einen langen Gang, der an vielen Sälen vorbeiführte, aus denen man leises Weinen und Klagen von Frauenstimmen vernahm. Endlich schlug der kleine Affe einen Vorhang zurück und ließ sein Begleiter in ein großes Gemach sehen, das nur schwach von blauen Flammen erleuchtet war, die in bronzenen Kesseln brannten. Die Wände waren mit seltsamem Schmucke behang. Da hingen menschliche Augen in Gold eingefasst, dann vertrocknete Ohren, Nasen und Finger auf lange goldene Schnüre gezogen. Im Hintergrund sah Sir Darker auf einem hohen Sessel einen hässlichen, graubärtigen alten Mann sitzen, der zu schlafen schien. Das war der Zauberer. Schon wollte der Held mit gezücktem Schwert auf ihn losstürzen, als ihm der Affe die Hand festhielt und ihm winkte, ruhig zu sein. Dann kroch er leise auf allen Vieren an den Wänden entlang auf den Zauberer zu und nahm von seinen Knien einen seltsam geformten Stab, der oben in ein Büschel züngelnder Schlangen auslief. So leise war das Äffchen dabei zu Werke gegangen, dass der Zauberer nicht aufgewacht war. Dann kehrt es zurück und zeigt auf einen schweren bronzenen Kessel, der neben der Türe stand. Zerdaka verstand, hob den gewaltigen 500 Pfund schweren Kessel auf seine Schultern und folgte leise dem kleinen Affen hinaus. Dieser führte ihn wieder zu dem Saale der Dschinn. Sie blieben stehen und Zerdaka stellte den Kessel auf den Boden. Dann hob er den Deckel ab, wäre aber beinahe betäubt zu Boden gefallen, wenn er nicht schnell ein Tuch um Mund und Nase geschlungen hätte. In dem Kessel befand sich eine grünliche brennende Flüssigkeit, die einen entsetzlichen betäubenden Geruch ausströmte. Der kleine Affe drückte Zerdaka den Zauberstab in die Hand und bedeutete ihm, ihn in den Kessel zu tauchen und die Luftgeister damit zu bespritzen. Der Held tat so und sogleich erhob sich in dem Raum ein ohrenbetäubendes Rauschen, Pfeifen und Sausen. Die Gin flohen aus den Fenstern heraus und stürzten sich auf die wilden Wüstentiere vor dem Palaste. Diese gerieten in maßlose Aufregung und brachten mit den Lustgeistern zusammen durch den dichten Nebelwall in die Wüste hinein. Der heiße Qualm tötete viele von ihnen. Aber allmählich wurde er schwächer und schwächer und er losch schließlich ganz. Das alles konnten Sadaka und sein kleiner Genosse von den Fenstern des Palastes genau beobachten. Als der tapfere Jüngling sah, dass der Weg zum Palaste frei geworden war, hielt er den Augenblick für gekommen, seine Genossen herbeizurufen. Er ahmte dreimal laut den Schrei des Geiers nach. Dann eilte er, gefolgt von dem Affen zu dem Gemache des Zauberers zurück. Dieser war inzwischen von dem furchtbaren Getöse auch wach geworden, ergriff nach seinem Zauberstabe, fand ihn aber nicht mehr. Mit einem furchtbaren Fluche sprang er auf, gerade in dem Augenblick, als der Daker durch den Vorhang trat. Der kleine Affe sprang behend auf den Thronsessel, von dem er einen kleinen Blasebalg wegnahm, der mit einer scharfriechenden Luft gefüllt war. Ehe der Zauberer es merkte, rannte er damit hinaus auf den Hof und blies mit dem Blasebalge alle die verzauberten Schafe, Schweine, Affen und Papageien an, die bei der Berührung mit der Luft wieder zu Menschen verwandelt wurden. Schließlich auch sich selbst. Unterdessen hatte der Zauberer einen langen krummen Säbel gezogen, der rings Feuer sprühte. Mit diesem griff er Sirdaka an. Aber der wich geschickt allen Hieben aus und drängte schließlich den Zauberer in die Enge. Als dieser sah, dass er den Kürzeren ziehen würde, warf er den Säbel weg und verwandelte sich ihm nur in einen furchtbaren Bären, der aufrecht mit seinen mächtigen Pratzen auf den Jüngling eindrang. Mit einem einzigen Schlage zertrümmerte er dessen Schwert und sicher wäre jetzt Sirdaka verloren gewesen, wenn nicht in diesem Augenblick seine zehn Genossen zugleich mit den befreiten Gefangenen in den Saal gedrungen wären. Als der Zauberer diese Übermacht sah, ließ er sich zusammenschrumpfen und sprang als kleine Maus über den Boden, um durch ein Mauseloch zu entkommen. Aber einer der befreiten Gefangenen war schneller als er. Er lief nach, fasste die Maus fest in der Hand und hielt sie Sirdaka am Schwanze hin. Da haben wir den Bösewicht, lachte er. Bravo, rief Sirdaka und schaute mit Wohlgefallen auf den schön gebauten Jüngling. Kennst du mich nicht, rief dieser, ich bin ja Ketil, das Äffchen, das dich hergeleitet hat. Aber ehe Sirdaka noch antworten konnte, geschah etwas Unerwartetes. Die Maus sprang dem Jüngling aus der Hand und verwandelte sich plötzlich in einen riesigen Drachen, der fast den ganzen Raum einnahm. Blut, rotes Feuer und giftiger Atem strömt nach seinem Rachen und entsetzt wichen alle zurück. Da riss Ketil einen langen Speer von der Wand und reichte ihn Sirdaka hin. Er ist unverwundbar als Drache, rief er, nur mit dieser vergifteten Spitze kannst du ihn töten. Sirdaka ergriff den Speer mit beiden Fäusten und stieß ihn mit Aufbietung all seiner Kraft dem Rachen zwischen die Schuppen seines Panzers. Noch einmal entsquoll ein fürchterlicher Feuerstrom seinem giftigen Rachen und dann sank das Ungetüm tot nieder. Sirdaka und seine Gefährten befreiten die gefangenen Frauen und nahmen aus der Schatzkammer des Zauberers die reichen Schätze heraus. Sie zogen aus dem Palaste fort, in dem man die Brandfackel hineinschleuderte, um für immer den unheilvollen Ort vom Erdboden zu vertilgen. Dann ging es auf Nepal zu. Mit fliegenden Fahnen zog der siegreiche Held quer durch Tibet und über die hohen Berketten des Himalaya, bis er nach Kathmandu kam, der Hauptstadt seines Fürsten, der ihn ebenso wie das ganze Volk mit großem Festjubel empfing. Nach dem Tode des Fürsten erbte Sirdaka das Land und herrschte lange und glücklich über Nepal. Sein Kanzler aber war Ketil. Das frühere Äffchen Der Zauberladen Von Weitem hatte ich den Zauberladen schon öfter gesehen. Ein oder zweimal war ich auch daran vorbeigekommen, ein Schaufenster voll von verführerischen kleinen Gegenständen. Zauberbellen, Zauberhennen, wundervollen Kegeln, Puppen, die Bauchredeten, sämtlichem Zubehör zum Korbtrick, Kartenspielen, die aussahen, als wären sie ganz harmlos und all solchem Zeug. Aber nie war mir der Gedanke gekommen, hineinzugehen, bis mich eines Tages Gib ganz unversehens am Finger zu dem Fenster hin lotste und sich derart aufführte, dass ich ihn einfach hineinführen musste. Ich hatte, aufrichtig gesagt, gar nicht daran gedacht, dass der Laden hier sein könnte. Eine bescheidene Front in Regent Street zwischen einer Kunsthandlung und einem Geschäft, wo Küken, die eben aus ihren Patentbrutapparaten gekrochen sind, herumlaufen. Aber es half nichts, er war da. Ich hatte immer geglaubt, er wäre weiter unten, in der Nähe des Zirkus oder um die Ecke in Oxford Street oder gar in Holborn. Jedenfalls hatte er mir immer ein bisschen aus dem Weg und nicht leicht zu erreichen geschienen. So eine Art Vater-Morgana-Lage. Aber er war nun einmal hier, ganz unbestreitbar und das dicke Ende von Gibb's Zeigefinger hämmerte gegen das Glas. Wenn ich reich wäre, sagte Gibb, mit dem Finger auf das unsichtbare Ei deutend, so würde ich mir das kaufen. Und das da, nämlich das schreiende Wickelkind, völlig menschlich. Und das da, ein geheimnisvolles etwas namens, wie ein sauberes kleines Schild besagte, kaufe mich und überrasche deine Freunde. Und da, sagte Gibb, unter den Rollen da verschwindet alles, einfach alles. Ich habe es einmal in einem Buch gelesen. Und dort, Väterchen, ist der unsichtbare Groschen. Bloß, dass sie es so rum hingelegt haben und man nicht sieht, wie es gemacht wird. Gibb, der liebe Junge, hat die ganze Wohlerzogenheit seiner Mutter geerbt. Er machte nicht etwa den Vorschlag, wir wollten in den Laden gehen, oder quälte und quengelte. Er lotste mich bloß so ganz instinktiv von einem Finger nach der Tür zu und zeigte sein Interesse recht deutlich. Das da, sagte er und deutete auf die Zauberflasche. Wenn du das hättest, sagte ich, auf welche vielversprechende Frage hin er mit einem plötzlichen Aufstrahlen aufschaute. Dann könnte ich es Jesse zeigen, sagte er, wie immer auch an andere denkend. Es sind nicht einmal mehr hundert Tage bis zu deinem Geburtstag, Gibbles, sagte ich und legte meine Hand auf die Türklinke. Gib antwortete nicht, aber er packte meinen Finger fester und wir betraten den Laden. Es war wirklich kein gewöhnlicher Laden. Es war ein Zauberladen. Und all die großartige Überlegenheit, die Gibs sonst, wo es sich einfach um Spielsachen Handel zeigte, ließ ihn hier gänzlich im Stich. Er überließ die ganze Last der Konversation mir. Es war ein kleiner, enger, nicht besonders glänzender leuchteter Laden. Die Glocker an der Tür gab einen jämmerlichen Ton von sich, als wir hinter uns zumachten. Einen Augenblick waren wir beide allein und konnten uns umsehen. Auf dem Glasdeckel, der den niederen Ladentisch bedeckte, stand ein Tiger in Papiermaché. Ein ernsthafter, gutmütig aussehender Tiger, der unentwegt mit dem Kopf nickte. Daneben ein paar Kristallkugeln, eine Porzellanhand, die Zauberkarten hielt, ein Satz Zauberfischgläser in verschiedenen Größen und ein recht aufdringlicher Zauberhut, der seine Federn schamlos preisgab. Auf dem Fußboden standen Zauberspiegel. Einer, der lang und dünn machte, einer, in dem der Kopf aufquoll und die Beine gänzlich verschwanden, und wiederum einer, der einen ganz kurz und dick machte, wie eine Null. Und während wir uns noch daran belustigten, kam, so vermute ich wenigstens, der Ladeninhaber herein. Jedenfalls stand er auf einmal hinter seinem Tisch. Ein merkwürdiger, brünetter, fahler Mensch, ein Ohr länger als das andere und das Kinn wie die Spitze eines Stiefels. Womit kann ich den, sagte er, seine langen Zauberfinger auf der Glasplatte ausspreizend. Worauf wir zusammenfuhren, wir merkten erst jetzt, dass er da war. Ich möchte, sagte ich, ein paar einfache Tricks für meinen Kleinen. Handgeschicklichkeit? fragte er. Oder Mechanik? Für den Salon? Irgendwas Lustiges, sagte ich. Hm, bemerkte der Ladenmensch und kratzte sich den Kopf, als überlegte er. Dann zog er ganz deutlich sichtbar eine gläserne Kugel aus seinem Kopf. Etwas der Art, sagte er und hielt sie uns hin. Es kam mir ganz unerwartet. Ich hatte das Kunststück ja oft genug bei Vorstellungen ausführen sehen, es gehörte einmal zum allgemeinen Programm der Zauberkünstler. Aber hier war ich nicht darauf gefasst gewesen. Bravo, sagte ich lachend. Nicht, sagte der Ladenmensch. Gib streckte seine freie Hand aus, um den Gegenstand an sich zu nehmen, fand aber nichts als eine leere Handfläche. Es ist in deiner Tasche, sagte der Mann, wo es auch wirklich war. Wie hoch kommt das? fragte ich. Glaskugeln berechnen wir nicht, sagte der Mann höflich. Wir beziehen sie, er zog sich während er sprach einer aus dem Ellbogen, gratis. Darauf förderte er eine Dritte aus seinem Nacken zutage und legte sie neben ihre Vorgängerin auf den Ladentisch. Gib besah sich seine Glaskugel aufmerksam, warf dann einen fragenden Blick auf die beiden anderen auf dem Ladentisch und richtete hierauf seine rundäugige Aufmerksamkeit auf den Mann, der lächelte. Du darfst die da auch nehmen, sagte er, und wenn du magst, noch eine dazu aus meinem Mund. Da! Gib befragte mich einen Augenblick stumm um Rat, schob dann unter tiefem Stillschweigen die vier Bälle ein, kehrte zu meinem rettenden Finger zurück und bereitete seine Kräfte auf das nächste Ereignis vor. Unsere kleineren Tricks beziehen wir alle nur auf die Weise. bemerkte der Mann. Ich lachte, wie man über einen alten Witz lacht. Statt nach dem Hauptdepot zu gehen, sagte ich, selbstverständlich, es kommt billiger. Auf eine Art, sagte der Mann, ob schon wir schließlich doch bezahlen, aber nicht so viel als die Leute meinen. Unsere größeren Tricks und unsere Tagesbedürfnisse und was wir sonst brauchen, beziehen wir hier aus dem Hut. Sie müssen wissen, Herr, entschuldigen Sie die Freiheit, es gibt kein Hauptdepot. Nicht für echte Zauberartikel, Herr, ich weiß nicht, ob Sie unser Firmenschild gesehen haben, der echte Zauberladen. Er zog eine Geschäftskarte aus seiner Backe und händigte sie mir ein. Der echte, wiederholte er, mit dem Finger auf das Wort deutend und fügte hinzu, kein Betrug, in keiner Weise, Herr. Der scheint den Scherz ja recht ernsthaft durchzuführen, dachte ich. Darauf wandte er sich mit einem Lächeln von auffallender Beflissenheit an Gib. Junge, weißt du, du bist von der rechten Sorte. Ich war überrascht, ob seiner Sachkenntnis. Denn im Interesse der Disziplin halten wir das sogar bei uns zu Hause ziemlich geheim. Gib dagegen nahm es mit unerschütterlichem Stillschweigen auf und sei nur unentwegt fest an. Bloß Jungens von der rechten Sorte kommen überhaupt durch die Tür da. Und als eine Art Illustration zu diesem Ausspruch vernahmen wir im selben Augenblick einen Rütteln an der Tür und hörten eine schwächliche piepsende kleine Stimme rein ich will aber rein Väterchen ich will rein rein und darauf Töne eines misshandelten Vaters der tröstete und beschwichtigte Es ist geschlossen Eduard klang es Aber es ist doch nicht sagte ich Doch Herr entgegnete der Ladenbesitzer immer für die Sorte von Kindern Und während er das sagte tauchte draußen flüchtig ein kleines weißes von Süßigkeiten und Überfütterung aufgedunsenes und von schlechten Neigungen verzogenes fahles Gesichtchen auf Der andere Junge ein trotziger kleiner Egoist der gegen die verzauberte Ladenfensterscheibe hämmerte Hilft nichts Herr sagte der Mann als ich von meiner angeborenen Menschenfreundlichkeit getrieben auf die Tür zuging Gleich darauf hörten wir wie das verzogene Kind heulend abgeführt ward Wie bringen sie denn das zu Wege fragte ich aufatmend Zauberei sagte der Mann mit einer gleichmütigen Handbewegung und siehe da funken farbigen Feuerssprüten aus seinen Fingern und entschwanden im Dunkel des Ladens Hast du nicht gesagt wandte er sich darauf angib eben ehe du hereinkamst du möchtest gerne eine Schachtel kaufe mich und überrasche deine Freunde gib nach einer tüchtigen Kraftanstrengung sagte ja es ist in deiner Tasche und sich über den Ladentisch beugend der Karl hatte wirklich einen ganz außergewöhnlich langen Körper förderte der erstaunliche Mensch den genannten Gegenstand zu Tage ganz auf die Art des üblichen Zauberkünstler Papier sagte er dann und holte einen Bogen aus dem leeren Hut mit den Federn Bindfaden und siehe da sein Mund war ein Bindfadenbeutel aus dem er ein endloses Stück Schnur zog das er schließlich nachdem er das Paket zugebunden hatte abbiss und worauf er so wenigstens erschien es mir den Bindfaden knäuel verschluckte darauf steckte er an der Nase einer Bauchrednerpuppe eine Kerze an streckte den einen Finger der rot wie Siegellack aussah in die Flamme und versiegelte damit das Paket Dann war da noch das unsichtbare Ei fuhr fort zog eins aus meiner Brusttasche und packte es ein ebenso das schreiende Wickelkind völlig menschlich und ich reichte jedes Paket sobald es fertig war Gib der es innig an sich drückte Sagen tat er ja wenig aber umso bereter waren seine Augen Auch die Art wie er mich anfasste war recht berät Er war der Spielball unaussprechlichste Erregungen Man bedenke echte Zauberei Gleich darauf machte ich einen Luftsprung Ich entdeckte dass sich in meinem Hut etwas bewegte etwas Weiches Flatterndes Ich riss ihn vom Kopf und eine zerzauste Taube zweifellos eine Mitverschworene fiel heraus und lief über den Ladentisch um wie ich glaube in einer Pappschachtel hinter dem Papiermachetiger zu verschwinden Ei ei sagte der Ladensitzer mir gewand mein Hut aus der Hand nehmend gleichsinniger Vogel und hat so weich lebe gebrütet Er schüttelte meinen Hut und schüttelte in seiner ausgestreckte Hand zwei oder drei Eier einen großen Schusser eine Uhr ungefähr ein halbes Dutzend der unvermeidlichen Glaskugeln und zuletzt zerknittertes zusammengeknülltes Papier immer mehr und mehr und mehr wobei er die ganze Zeit darüber redete wie nachlässig die Menschen ihre Hüte in und außen ausbürsteten höflich natürlich aber doch mit einer gewissen persönlichen Anzüglichkeit Alle möglichen Dinge sammeln sich an Herr ich meine nicht sie im besonderen aber fast bei jedem Kunden ganz erstaunlich was sie alles mit sich herum schleppen Das zerknitterte Papier wogte und stieg auf dem Ladentisch immer höher und höher bis der Mann fast ganz verschwunden war bis es ihn ganz und gar verdeckte und immer noch ertönte die Stimme fort und fort keiner von uns weiß was der äußere Schein eines menschlichen Wesens verbergen kann Herr sind wir nicht alle nur glatt gebürstete Außenseiten weiße Grabmäler Seine Stimme verstummte genau wie wenn man mit einem wohlgezielten Backstein nach dem Grammophon seines Nachbarn wirft dasselbe plötzliche verstummt das rascheln des Papiers hörte auf und alles war still sind sie fertig mit meinem Hut fragte ich nach einer Pause es kam keine Antwort ich starrte Gib an und Gib starrte mich an und in den Zauberspiegeln standen unsere Zarbilder und sahen ganz sonderbar und ernsthaft und still aus ich denke wir gehen jetzt sagte ich wollen sie mir sagen was ich schuldig bin hören sie sagte ich in etwas stärkerem Ton ich möchte die Rechnung und meinen Hut bitte hinter dem Papier vor kam etwas wie ein Schnuppern wir wollen hinter dem Ladentisch nachsehen Gib sagte ich er hält uns zum Narren ich führte Gib um den kopfneckenden Tiger herum und was glauben sie das hinter dem Ladentisch war überhaupt niemand nicht als mein Hut auf dem Boden und ein gewöhnliches stutzohriges weißes Zauberkaninchen das in tiefe Betrachtung versunken dasaß und so dumm und zerzaust aussah wie bloß ein Zauberkaninchen aussehen kann ich hob mein Hut auf und das Kaninchen setzte mit einem kleinen trägen Satz mir aus dem Weg Väterchen sagte Gib in schuldbewusstem Flüsterton was gibt's Gib sagte ich der Laden gefällt mir Väterchen ja ja mir auch sagte ich zu mir selbst wenn bloß nicht der Ladentisch auf einmal so lang würde dass er einen von der Tür absperrt aber hierauf machte ich Gib nicht weiter aufmerksam Pussy sagte er und streckte eine Hand nach dem Kaninchen aus das an uns vorüber hopste Pussy mach uns ein Zauberkunst Stückchen vor und er verfolgte es mit den Blicken während es sich durch eine Tür zwängte die ich einen Augenblick zuvor noch gar nicht bemerkt hatte die Tür öffnete sich weiter und der Mann mit dem einen Ohr größer als dem anderen erschien wieder er lächelte noch immer aber sein Auge begegnete zu dem meinem mit einem Ausdruck der zwischen Belustigung und Herausforderung schwankte vielleicht würde es Ihnen Spaß machen unser Magazin zu sehen Herr sagte er mit einer Art harmloser Beflissenheit Gib zerrte meinen Finger vorwärts Ich sah nach dem Ladentisch und begegnete wieder dem Auge des Mannes Ich fing an den Zauberer ein bisschen zu echt zu finden Sehr viel Zeit haben wir nicht sagte ich Aber noch ehe ich das ausgesprochen hatte waren wir schon irgendwie im Magazin drin Alle unsere Ware ist von ein und derselben Qualität sagte der Mann seine geschmeidigen Hände aneinander reibend nämlich von der besten Wir haben in diesem ganzen Raum nichts was nicht echte Zauberei ist und für dessen Originalität wir nicht garantieren Bitte um Entschuldigung mein Herr Ich fühlte wie ein etwas zog das an meinem Rock Ärmel hing und dann sah ich ihn einen kleinen sich krümmenden roten Dämon am Schwanz halten das kleine Wesen fauchte und schlug um sich und versuchte ihn in die Hand zu beißen im nächsten Augenblick schleuderte er es gleichmütig hinter einen Tisch Ohne Zweifel war das Ding ja nichts weiter als eine kleine Gummipuppe aber so im Augenblick und das ganze Gebaren des Mannes war genauso als ob er ein ekliges bissiges kleines Stück Ungeziefer in der Hand gehalten hatte ich blickte nach Gib aber Gib besaß ich eben meinen Zauberschaukelpferd ich war froh dass er das Ding nicht gesehen hatte hören sie mal sagte ich leise mit meinen Augen auf Gib und den kleinen roten Teufel weisend sie haben wohl nicht viel derartiges hier was das war keiner von unseren wahrscheinlich haben sie ihn mitgebracht sagte der Mann ebenfalls leise und mit strahlenderem lächeln als je ganz erstaunlich was die Leute immer mit sich herumschleppen ohne dass sie's merken dann zu Gib siehst du hier irgendetwas was dir gefällt es waren recht viele dinge da die Gib gefielen er wandte sich mit einem gemisch von zutraulichkeit und respekt zu dem erstaunlichen ladenmann ist das ein zauberschwert fragte er die die pappdeckelrüstungen hier sind für jugendliche fahrende ritter äußerst praktisch ein sicherheitsschild sieben meilenstiefel ein tarnhelm herrlichkeiten gestürzt ich vermochte ihn nicht aufzuhalten bald bemerkte ich mit einem angstvollen gefühl des misstrauens und mit etwas was ganz verteufelt wie eifersucht aussah das Gib den finger dieses menschen gepackt hatte so wie er sonst meinen packt naja interessant war der kerl ja dachte ich und er hatte auch einen ganz interessant aufgemachten haufen von waren die wirklich gut aufgemacht waren immerhin ich wanderte hinter den beiden dreien sagte fast gar nichts behielt aber den gauklerischen kerl immer im Auge schließlich Gib hatte sein vergnügen daran und wenn es Zeit war zu gehen so konnten wir zweifellos auch ohne Schwierigkeit fort es war ein langer unregelmäßig gebauter Raum dieses Magazin eine Art von Galerie die voll von Tischen und Schränken und Buden und Pfeilern war mit schmalen Gängen die wieder in andere Abteilungen führten in denen sehr seltsam aussehende Gehilfen herumlungerten und einen anstarrten und mit einer verwirrenden Menge von Spiegeln und Vorhängen so verwirrend dass ich in der Tat bald nicht mehr imstande war die Tür zu erkennen durch die wir hereingekommen waren der Mann zeigte gibt Zauber und Eisenbahn Züge die ohne Dampf oder Federmechanismus hierhin und dahin fuhren je nachdem die Signale aufgezogen wurden und dann ein paar ganz außerordentlich wertvolle Schachteln mit Bleisoldaten die sobald man den Deckel anhob alle lebendig wurden und sagten äh tja ich selber habe kein so besonders scharfes Gehör und es klang geradezu zungenbrecherisch was sie sagten aber Gib der das Gehör seiner Mutter hat verstand es augenblicklich bravo sagte der Ladenmensch indem er die Soldaten ohne weiteres in ihre Schachtel zurückpackte und diese Gib überreichte na also und in einem Nu hatte Gib sie sämtlich wieder lebendig gemacht sie nehmen die Schachtel fragte der Mann wir nehmen sie sagte ich aber nur wenn sie den vollen Preis berechnen in dem Fall müssten sie uns freilich unbeschränkten Kredit geben du liebe Zeit bitte und der Mann warf die kleinen Männchen wieder in ihre Schachtel klappte den Deckel zu schwenkte das Ganze einmal durch die Luft und siehe da er überreichte es uns in braunes Papier gewickelt verschnürt und mit Gips vollem Namen und voller Adresse auf dem Papier der Mann lacht ob mein erstaunen das ist echte Zauberei sagte er das wahre ja ein bisschen zu echt für meinen Geschmack sagte ich darauf begann er Gip allerhand Kunststücke vorzuführen seltsame Kunststücke die noch seltsamer wurden durch die Art wie er sie machte er erklärte sie er zeigte ihren ganzen Mechanismus und mein lieber kleiner Kerl stand daneben und nickte wer weiß wie weise und verständnissinnig mit seinem kleinen eifrigen Köpfchen dazu ich kann nicht sagen dass ich so besonders gut aufgepasst hätte hey presto sagte der Zaubermann und gleich darauf kam das kleine helle hey presto des Jungen aber meine Aufmerksamkeit war durch andere Dinge abgelenkt immer immer mehr kam es mir zum Bewusstsein wie ganz ungewöhnlich seltsam der ganze Raum doch war geradezu durchtränkt von einem Gefühl der Seltsamkeit Sogar über der Architektur der Decke dem Fußboden über den wie zufällig verteilten Stühlen lag etwas seltsames Ich hatte eine sonderbare Empfindung als ob sie sobald ich sie nicht fest ansah umher taumelten und sich bewegten und hinter meinem Rücken ein lautloses blindekuh spiel trieben Die Wandbekleidung wies ein Schlangenmuster mit Larven auf die bei weitem ausdrucksvoller waren als es für Gib gut war Plötzlich ward meine Aufmerksamkeit von einem der sonderbar aussehenden Gehilfen gefesselt Er stand ein Stück weit vor mir und wusste augenscheinlich nichts von meiner Gegenwart Ich erblickte so ungefähr drei Viertel seiner Länge durch einen Säulenbogen über einem Stapel von Spielsachen Er lehnte augenscheinlich an einem Pfeiler und machte die scheußlichsten Dinge mit seinem Gesicht Ganz besonders scheußlich war was er mit seiner Nase trieb Und er machte es so ganz einfach als hätte er eben nichts anderes zu tun und amüsiere sich bloß ein bisschen Zuerst war es eine ganz kurze Kartoffelnase Dann plötzlich schoss sie heraus wie ein Teleskop schoss und schoss und wurde dünner und dünner bis sie aussah wie eine lange rote biegsame Gärte Wie ein Alpdrücken war es Und er fuhr mit ihr herum und schwang sie wie ein Angler seiner Rute Mein erster Gedanke war dass Geb das nicht sehen durfte Ich wandte mich um Geb war völlig in Anspruch genommen von dem Ladenbesitzer und ahnte nichts Böses Sie redeten leise miteinander und blickten dabei auf mich Geb stand auf einem kleinen Sessel und der Mann hielt eine Art großer Trommel in der Hand Versteckspielen Väterchen rief Geb Du bist dran und ehe ich es hindern konnte hatte der Mann seine große Trommel über ihn gestülpt Ich sah sofort was los war weg mit dem Ding rief ich aber sofort sie erschrecken den jungen ja weg damit sagte ich Der Mann mit den ungleichen Ohren gehorchte ohne ein Wort zu sagen und hielt mir den großen Zylinder entgegen um mir zu zeigen dass er leer war und auch der kleine Sessel war leer War wirklich in diesem einzigen Augenblick mein Junge ganz und gar verschwunden Fast jeder Mann kennt wohl das unheimliche etwas was manchmal wie eine Hand aus dem Unsichtbaren kommt und einem das Herz packt Es löscht das eigentliche gewöhnliche Ich aus und macht einen durch und durch gespannt und zielbewusst weder schwerfällig noch überrascht weder zornig noch furchtsam So war's mit mir Ich ging zu dem grinsenden Kerl hin und stieß mit dem Fuß seinen Stuhl beiseite Hören sie auf mit ihrem Unsinn sagte ich Wo ist mein Junge Sie sehen sagte er mir noch immer das Innere der Trommel hin haltend Es ist kein Betrug dabei Ich streckte die Hand aus um ihn zu packen aber mit einer geschickten Bewegung wich er meinem Griff aus Ich faßte wieder nach ihm und er wandte sich ab und stieß seine Tür auf um zu entwischen Halt sagte ich und er lachte und verschwand Ich machte einen Satz hinter ihm drein in schwarze Finsternis Bum Donnerwetter ich hab sie gar nicht kommen sehen Herr Ich war in der Regent Street und war eben mit einem anständig aussehenden Arbeiter zusammengeprallt Einen Schritt davon ein bisschen verwirrt und unsicher aussehend stand Gib Ich stammelte irgendeine Entschuldigung und gleich darauf hatte Gips sich umgedreht und kam auf mich zu mit einem sonnigen kleinen Lächeln als ob er mich einen Augenblick lang verloren gehabt hätte und er trug vier Pakete im Arm er bemächtigte sich sofort meines Fingers einen Moment lang fand ich mich nicht zurecht ich starrte um mich auf der Suche nach der Zauberladentür sie war nirgends zu sehen keine Tür kein Laden nichts bloß der gewohnte Pfeiler zwischen dem Laden wo sie Kunstgegenstände verkaufen und dem Fenster mit den Küken ich tat das Einzige was in diesem innerlichen Aufruhr zu tun war ich stellte mich an den Rand des Trottoirs und hielt den Schirm in die Höhe um eine Droschke herbeizuwinken erfahren sagte Gib im Tone höchsten Frohlockens ich setzte ihn in die Droschke rief mit einer gewissen Anstrengung mir meine eigene Adresse ins Gedächtnis zurück und stieg ebenfalls ein etwas Ungewohntes war plötzlich in meiner Rocktasche fühlbar ich sah nach und entdeckte eine Glaskugel übel launig warf ich sie auf die Straße Gib sagte nichts eine ganze Weile redete keiner von uns ein Wort Väterchen sagte schließlich Gib das Wein vom Moserladen damit brachte er mich zu der Frage wie sich eigentlich die ganze Geschichte ihm dargestellt hatte er sah einstweilen gänzlich unversehrt aus er war weder bestürzt noch verwirrt er war ganz einfach ungeheuer befriedigt von seinem Nachmittags Ausflug und in seinen Armen hielt er die vier Pakete zum Donnerwetter was mochte drin sein mh bemerkte ich kleine jungs können wirklich nicht jeden Tag in solche Läden mitgenommen werden er nahm meine Worte mit gewohntem Stoizismus auf und einen Augenblick tat es mir wahrhaftig leid dass ich sein Vater und nicht seine Mutter war sonst hätte ich ihn hier in der Droschke Coram Publico abgeküsst naja jedenfalls dachte ich so schlimm ist die Geschichte nicht aber ganz beruhigt war ich doch erst als wir die Pakete aufgemacht hatten drei davon enthielten Schachteln mit Soldaten ganz gewöhnlichen Bleisoldaten aber so gut gemacht das gibt darüber gänzlich vergaß dass eigentlich in den Paketen Zauberkunststücke echte Zauberkunststücke sein sollten und im vierten ein Kätzchen ein kleines lebendiges weißes Kätzchen von ausgezeichnetem Wohlbefinden und Temperament ich sah diesem Auspacken in einer Art provisorischer Erleichterung zu Ich trieb mich wer weiß wie lang immer wieder in der Nähe des Kinderzimmers herum Das war vor sechs Monaten und jetzt fange ich wirklich an zu glauben dass alles in Ordnung ist Das Kätzchen hatte lediglich den Zauber der allen jungen Katzen eigen ist und die Soldaten bilden eine so zuverlässige Truppe wie nur je ein Oberst sie sich wünschen kann Und Gib Ah der erfahrene Vater wird begreifen dass ich mit Gib sehr vorsichtig sein muss Aber so weit habe ich mich eines Tages doch einmal verstiegen Ich sagte Was würdest du dazu sagen Gib wenn deine Soldaten auf einmal lebendig würden und von selber marschierten Das tun meine sagte Gib Ich brauche nur ein einziges Wörtchen zu sagen Ich die Schachtel aufmache Dann marschieren sie von selber Aber natürlich Väterchen Wenn sie das nicht könnten Möchte ich sie gar nicht Ich bezeugte keinerlei unziemliches Erstaunen und habe mir seither angewöhnt so hier und da ganz plötzlich im Kinderzimmer zu erscheinen wenn er mit seinen Soldaten spielt Aber einstweilen habe ich sie noch nie bei irgendeiner auch nur im entferntesten an Zauberei erinnernden Vorführung ertappt Es lässt sich da schwer was sagen Und dann ist da auch noch die finanzielle Frage Ich habe eine unheilvolle Angewohnheit meine Schulden zu bezahlen Ich bin wer weiß wie oft durch Regent Street gegangen auf und ab habe nach dem Laden gesucht Und ich bin nun geneigt zu denken dass der Ehre in dieser Angelegenheit Genüge getan ist Und dass ich Da gibt Name und Adresse den Leuten bekannt sind Es ruhig ihnen überlassen kann wer sie auch sein mögen mir die Rechnung zu schicken Wenn es ihnen passt Das waren die schönsten Märchen zum Einschlafen aus dem Reich der Zauberer Wenn dir das Hörbuch gefallen hat würde ich mich freuen wenn du auf den Daumen hoch klickst und es mit jemandem teilst Wenn du magst hören wir uns bald wieder Aber jetzt Schlaf gut gut